Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirsten-Fahrt vom Schrank-Unster-Blog und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Ja, hallo Daniel. Wieder eine neue Woche. Drittes Mal in Folge, oder? Genau, drittes Mal in Folge. So, wie geht's dir denn? Ja, prächtig. Ein bisschen stressig in den letzten Tagen, aber das ist, glaube ich, am Anfang des Jahres irgendwie normal. Ja, haben wir ja auch bei uns das Prüfungsphase. Du erinnerst dich noch an Klausuren und solche Dinge. Heute habe ich mal wieder Klausuren ausgedruckt. Tausend Seiten, die wir da verteilen nächste Woche. Ich verrate aber niemandem, der den Podcast anhört, was da drin steht. Ja, alles prüfungsrelevant. Das wäre jetzt bestimmt eine Möglichkeit, mal locker noch 100 Zuhörer für den Podcast zu gewinnen. Na, indem er Prüfungsinhalte spoilert, aber nee, gibt es nicht. Ich verrate nur so viel, es ist ein Thema Software Engineering, was drankommt. Ja, okay. Genau. Ja, das ist aber, es ist nicht ein bisschen weit hergeholt. Ja, es ist viele, viele Themen drin. Ja, und es bringt mich eigentlich direkt zu dem Thema, was wir heute schon ein bisschen angeteasert hatten oder das letzte Mal angeteasert hatten. Wir wollten ja ein bisschen über Informations- und Businessmanagement sprechen. Wir haben ja mit Obsidian gearbeitet. Das ist ja das Thema, was heute drankommen soll. Und natürlich, bevor wir da loslegen, ein bisschen tiefer einsteigen, haben wir ja viele, viele Neuigkeiten. Und ich hätte gesagt, ich fange mal an mit unserem Community-Feedback, weil ob der langen Pause haben wir immer noch Zuhörer, die im Discord verweilt sind und da wirklich die ganzen Wochen und Monate ausgeharrt haben. Und dann, wir hatten ja gesagt, wir nehmen das Feedback ernst und die Kritik an dem Podcast. Da wurde gleich natürlich mal angemerkt, dass das Announcement von den aktuellen Folgen nicht im Discord war. Und da muss man sagen, es werden ja nicht die Folgen-Announce, sondern das ist ein Plugin im Discord, was den YouTube-Channel announced, also wenn wir eine Folge hochgeladen hatten. Und da war eben die 25 und dann die aktuelle 26 nicht hochgeladen. Ich habe das jetzt alles letzte Woche nachgeholt. Das heißt, man bekommt jetzt im Discord die Info, wenn die neue Folge auf dem YouTube-Channel hochgeladen wurde. Das heißt, die sind da. Die Podcast-Folgen an sich, die werden im Discord, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, Announce. Da muss ich mal schauen. Ja, wo haben wir denn eigentlich, also im Moment ist diese Video, was da auf YouTube hochgeladen wird, ja quasi die Audiodatei mit einem Standbild. Genau, mit einem Standbild. Wir hatten ja mal angefangen, Videos aufzunehmen. Vielleicht machen wir das wieder in Zukunft. Wir haben jetzt, können wir gerade mal erzählen, wir haben jetzt gerade das allererste Mal wieder Videos am Laufen. Also ich sehe dich, du siehst mich. Das heißt, wir arbeiten da dran und vielleicht klappt das dann ja auch das nächste Mal. Also Stück für Stück nähern wir uns dem optimalen Hardware-Setup. Ja, wir müssen es ja deinem Hardware-Setup, deinem Teil, den Notebook angreifen, dass diese komischen Knackgeräusche hier mit Videokamera und so geht. Hatte, ja ja, und jetzt habe ich hier den neuen Rechner. Wir haben eine Kamera bekommen. Also ich habe eine Kamera im Büro. Da hat jetzt, man glaubt es kaufen, hat eine USB-Kabel gefehlt. Das hat mir gestern jemand besorgt. Daran scheitert es dann. Daran scheitert es, genau. Und an dem einen USB-Standard mit den vielen Steckern. Man hat da ein ganz Besonderes wieder gebraucht, also ein Mikro in dem Fall. Haben wir aber hinbekommen an der Stelle. Aber es ist eine schöne Kamera, hast du das Bild, was da rauskommt, das ist schön. Ich weiß nicht, wie die Kamera aussieht, aber das Bild ist gut. Ist die EOS M200? Ist das ein Spiegelreflex noch? Das ist quasi ein Spiegelreflex, aber ohne Spiegel. Also mirrorless im Endeffekt. Aber es ist so ein richtiger Body drauf, aber es ist kein Spiegel mehr drin. Deswegen eignet die sich auch tatsächlich zum Streamen. Allerdings hält der Akku da nicht lange. Das heißt, ich habe da so ein Dummy-Akku drin. In den Dummy-Akku wird im Prinzip dann ein Netzteil reingesteckt und der Strom wird direkt durchgeschleuft. Oh, cool. Ist das Standard? Gibt es das da dabei oder ist das extra? Nee, nee, das ist extra und gibt es auch nicht von Canon, sondern ein chinesischer Dritthersteller. Okay. Genau, aber das funktioniert recht gut. Das läuft ja bei mir daheim auch. Und da haben wir ein gutes Angebot. Ist halt immer so, wenn man so Geräte den anschafft im öffentlichen Bereich. Also das sind Projektmittel, die wir dafür hatten für die Kamera. Und da musst du das Angebot reinholen. Und die kostet so, weiß nicht, zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem. Und wir haben die tatsächlich bei eben bekommen für 300 irgendwas Euro. War da der günstigste. Das war wohl ein Ausstellungsstück und das wurde dann quasi beschafft. Also ganz toll, dass wir die auch bekommen haben. M200. 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 M200, genau. EOS M200. Ich packe es mal in die Show-Notes, dann kann man das nachlesen. Genau. Also wer da auf der Suche ist, eine tolle Kamera. Und wir müssen sagen, das Bild, was du gerade siehst, ist noch nicht ordentlich eingestellt. Das ist jetzt Fabrik-Settings. Ich habe eigentlich für die Kamera, für das Streaming noch ein optimales Setup, was dann auch auf die Frameraten und Autofokus etc. und Helligkeit optimiert ist. Das habe ich an der Stelle noch nicht eingestellt. Aber das ist so erstmal zum Hardware-Setup hier vor Ort. Das Bild, was du siehst schon hier, das ist ja Kartoffelkamera direkt in einem iMac eingebaut. In einem iMac, genau. Was ist das eigentlich für eine 4K-Kamera? Was kann die? Ich kann gar nichts. 1080p oder 720p? Nein, Apple hat doch noch weniger. Apple baut doch ... Was haben denn die drin? Die einzigen Full-HD-Kameras, die Apple aktuell verbaut, sind doch in den iPads drin. Ja. Und da habe ich in dem iPad so einen ... Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja so einen iPad Pro mir geholt, statt einem Notebook. Und da ist so eine Kamera drin, die hat genug Auflösung mit Weitwinkel, dass du da so reinzoomst. Und die verfolgt dich auch mit zwei Personen und so im Bild. Aber die Kamera hier, die in dem Ding drin ist, also die 27p hat, dann hat die viel. Ich habe keine Ahnung. Aber warum? Die Hardware ist so toll und dann bauen sie so Kameras ein. Ja, ich frage doch mal Apple. Das haben die auch bis vor kurzem. Ich weiß nicht, ob die neuen Macs schon neue Kameras drin haben. Also an der Stelle, wenn jemand zuhört, der bei Apple arbeitet, hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar. Entweder im Discord oder auf der Webseite. Warum verbaut ihr so schlechte Kameras in euren tollen Notebooks? Weil eigentlich ist die Hardware toll, aber irgendwie ist so die Kamera die Sollbruchstelle an dem ganzen Ding. Also hier steht FaceTime HD. Ja, aber wundert mich so ein bisschen, warum das nicht so brauche Qualität ist. Naja. FaceTime HD. Could make video calls. iPhone 12 kann video calls in 1080. Aber wenn wir schon bei der Hardware sind, was machen deine Festplatten eigentlich? Wir hatten doch das letzte Mal über Festplatten gesprochen, oder? Die sind heute fertig geworden mit Kopieren. Das hat jetzt ohne Witz, das hat jetzt die ganze Zeit kopiert. Okay. Und jetzt habe ich, ich habe heute feierlich eins von den 8er-Platten-Rates ausgeschaltet und habe sozusagen vorm Stromverbrauchszähler dem Grafen gesessen und habe mir das angeguckt. Und das war ein interessanter Fall nach unten. Also es war sehr beeindruckend, wie sich einmal eben von dem Server die Stromverbrauch, der Dauerstromverbrauch fast halbiert. Also monitorst du da den Server direkt? Ja, ja, ja. Genau. Also theoretisch, ich kann dir das ja zeigen. Das können jetzt die Leute nicht sehen. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen nochmal Video oder so aufnehmen. Aber das ist tatsächlich so, ich monitore alle möglichen Sachen ja im Haus. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und die Sachen, die ich da monitore, das ist halt wirklich, also vor allem auch Strom oder so, ne? Da willst du ja möglichst viel mit machen. So, dann zeige ich dir das hier mal. So ein Grafana-Ding mittlerweile, was irgendwie 20 verschiedene Dashboards hat mit irgendwelchem Zeug drin. Und da gibt es dann unter anderem auch den Stromverbrauch. Hier nur von diesem Fileserver. Und der Stromverbrauch, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr seht da so eine Kurve. Mit so einem Grafen, der sozusagen, ja, den einfach den Stromverbrauchswert darstellt. Und jetzt habe ich ihm, also ich habe da immer, wenn die Festplatten an und aus in den Schlaf gegangen sind, habe ich dann so einen roten Strich mit in den Grafen reingepackt, sodass man das sehen kann. Wenn ich den jetzt mal ausschalte, dann siehst du, dass so der Schnitt irgendwas so um die 250 Watt immer sind, die da Dauer verbraucht werden. Und als ich das heute ausgeschaltet habe, ist das jetzt einfach, das pendelt sich so 170, 150, so in dem Dreh rum. Also doch ordentlich, ja. Genau. Also das, man sieht es halt an dem Grafen sehr beeindruckend. Das ist einfach fast halbiert. Ja, das wird Strom sparen, das wird Geld sparen. Ist alles eh grüner Strom gewesen, aber das heißt ja nicht, dass man viele verbrauchen sollte. Sollte man nicht. Ja, aber die haben, wie lange das gebraucht? Eine Woche? Zwei Wochen? Ja, die haben jetzt eine Woche kopiert. Eine Woche, eine Woche kopiert. Ja, das Problem ist halt, die großen Batzen, also wenn du jetzt irgendwelche längeren Filme, Streamrecording, so Zeug hast, das ist gar kein Problem. Das kopiert relativ zügig. Aber ich habe da ja auch Bilder, also einzelne Bilderdateien und da hast du irgendwie so zwei Megabyte Brocken, die füllen keinen Cache, kein nichts und da dauert das quasi Pfeilerstellen länger als das eigentliche Kopieren. Wenn du dann ein paar Millionen von hast, dann hast du es ein bisschen aufgeschmissen. Dann kopiert der da ewig an dem Zeug rum. Aber R-Sync minus klein A, klein R und groß P hat es geregelt. Also das ist das R-Sync minus ARP, das ist quasi das Kommando für alles mit allen Attributen kopieren. Also allen sinnvollen Attributen, da gibt es auch nicht sinnvolle. Genau, und das funktioniert prächtig, hat super funktioniert, aber ewig kopiert. Okay, steht mir noch bevor, also ewig muss ich noch auf mein Spot ist NAS, eines der nächsten Projekte, denke ich mal. Ja, die Platten wurden mir, als ich sie eingebaut habe, auch gleich gemeldet, als die sind hier nicht in der Kompatibilitätsdatenbank. Die sind einfach zu neu, die sind gerade erst rausgekommen. Okay. Ey, die sind ein Jahr, sind sie alt, sind sie vorgestellt worden, sind sie gerade erst rausgekommen. Also für den Hersteller dieser NAS-Systeme ist es gerade erst. Und ist aber kein Problem. Es sind halt solche, haben wir das letzte Mal schon gesagt, Conventional Magnetic Recording Platten, CMRs. Keine von diesen schingelt, weil diese SMR-Platten, die sollte man nicht wirklich in so Rates reinstecken. Auch wenn die, die sind halt massiv billiger, sind unglaublich langsam beim Schreiben. Und das Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Problem, was das hauptsächliche Problem mit den Dingern ist. Nee, nee, erzähl mal. Nee, die Idee ist ja, du kannst es enger packen, indem du sozusagen Spuren überlagert speicherst. Ja, ja. Und wenn du quasi einen Block speichern willst, dann musst du mehrere andere angrenzende Blöcke neu schreiben. Logisch, ne? Die liegen ja übereinander. Ja, ja. Und das dauert lange. Das dauert echt, echt, echt lange. Und deswegen ist es so, dass die Platten in Timeouts reinlaufen, wenn die Controller nicht sozusagen wissen, dass die Platten lange brauchen für bestimmte Aktivitäten. Okay, das ist jetzt neu. Und die fliegen aus Rates raus, weil das Raid denkt, die Platte ist kaputt. Okay. Weil, was ich bei den Platten, gerade bei uns den Shootis immer erkläre, wir schauen uns das ja auch an bei Betriebssystemen, wie Platten funktionieren und wie die angesteuert werden. Und ein Problem bei den Platten ist, wenn du löscht, also Daten löscht, durch das überlagern, kann das immer noch sein, dass du eben so einen Block wiederherstellen kannst. Ja. Weil sich das überlagert. Also eine. Das ist aber, wo dann die Forensik eingreift und wo man dann Daten wiederherstellen kann, die man vermeintlich gelöscht hat. Deswegen gab es ja früher so Methoden, dass du immer, gibt es ja immer noch, wo du Platten dann mit Random-Daten, also mit Rauschen, mehrfach überschreibst. Also nicht nur einmal, sondern ich glaube, so ein, weiß nicht, US-Standard, den es gibt. Ich glaube, da wurde siebenmal überschrieben. Das dauert aber bei so 18 Terabyte Platten eine ganze Weile. Du bist eine Weile beschäftigt. Genau. Richtig lange Weile. Okay. Ja, auf jeden Fall drehen sie sich, sie laufen. Ich habe meine Backups, also ich habe ja bei der Gelegenheit auch die Disaster Recovery gleich getestet. Also einmal alles aus dem Backup wiederhergestellt, statt einfach nur von den noch existierenden im Schrank befindlichen Platten zu kopieren. Und da haben wir, ich überlege gerade, haben wir in der allerersten Folge nicht über das Setup gesprochen? Ja. Die erste oder zweite Folge müsste gewesen sein, genau. Haben wir drüber gesprochen. Ja, es ist ja auch gar nicht so unwichtig, dass man das mal testet, ne? Dass man, man kann das ja aufsetzen, wie man will, aber man sollte es dann immer auch noch testen. Testen, genau. Also wer Backups macht, immer wieder mal einspielen und gucken, ob die gehen. Meistens kommt nämlich das böse Erwachen, wenn man so ein Backup eben einspielt und dann feststellt, ups, Backup ist korrupt, oder so der Klassiker, riesen ZIP-Datei, weil alles archiviert und dann beim Entpacken festgestellt, ZIP-Datei, korrupt. Na, alles schon gesehen. Ja, und das Format hat sich geändert oder so. Das ist ja rar oder so, sind ja gute Kandidaten für sowas. Genau, und dann hast du noch ein neues Gerät mitgebracht, ein USB-Storage. Genau, nee, der ist mir so eingefallen. Ich habe die Frage an dich und die Community, ob ihr sowas kennt. Pass auf. Erklär mal, was du suchst. Du hast doch, genauso wie ich, bestimmt eine irrsinnige Menge an Geräten, wo man USB-Sticks oder USB-Festplatten dran steckt. Also zum Beispiel eine Playstation oder eine Xbox, da steckst du eine Platte dran und dann kannst du dann deine Spiele da drauf speichern. Ich habe so eine Playstation 4, da habe ich irgendwie 4 Terabyte Platte dran geklöppelt und die ist jetzt fast voll. Kenne ich. Xbox, ja. Ja. Die braucht eine ausreichend schnelle USB-Festplatte. Und ich hätte jetzt gerne ein Gerät, das auf der einen Seite so tut, als wäre es eine USB-Festplatte und auf der anderen Seite ein Netzwerk hat und ein Block-Device übers Netzwerk ran mountet. Mhm. Dann hätte ich nämlich eine beliebig große Festplatte, USB-Festplatte. Also das USB-Gerät, also das USB-Host-Device, das merkt davon nichts. Und ich habe über Netzwerk Daten rangeholt. Er stelle mir einfach irgendwo ein Image von dem Ding und dann habe ich die Festplatten quasi im Netz. Warum gibt es dieses, so ein Gerät nicht? Oder gibt es vielleicht? Und ich weiß es nicht. Ich hätte sowas gern. Ich kenne das nicht. Die Idee ist aber super. Gibt es bestimmt. Und ich kenne jemanden, der weiß das vielleicht. Also ich frage mal nach. Ich habe tatsächlich jemanden in der Hand, der könnte sowas wissen. Oder hat vielleicht auch eine Idee, wie man sowas bauen könnte. Meine erste Idee war, kann man sowas nicht mit einem Raspberry bauen, wo du auf der einen Seite USB hast und auf der anderen eben irgendwas mounten kannst. Ja, ja, aber du musst ja Host. Du brauchst ja USB-Host. Du musst ja quasi einen USB-Stick sein. Du bist der USB-Stick. Aber wenn du diesen USB-Stick anguckst, die Chips da drauf sind jetzt nicht so groß, kompliziert. Ja, eben. Die sind eigentlich nicht so wirklich kompliziert. Und ich würde jetzt denken, ich meine, da ist dann hinten ein Flash-Chip drauf. Der hat dann auch ein bestimmtes Format. Also ich würde ja jetzt so rangehen. Wenn ich das selber bauen wollen würde, würde ich mir einen USB-Controller besorgen von so einem USB-Stick und der spricht ja über ein ziemlich standardisiertes Protokoll mit einem Flash-Speicher. Eben, ja. Und dann würde ich halt einen Chip, eine Schaltung bauen, die mir den Flash-Speicher simuliert und den aber aus dem Netz holt. Dann hast du bestimmt Milliarden, Myriaden von Timing-Problemen plötzlich, die du vorher nicht hattest. Aber das ist ja alles ein Hardware-Problem. Also für mich als Software-Entwickler klingt das so, als wäre das machbar. Also, weißt du, ich leite das ab, das ist jetzt auch wieder magisches Denken, ich leite das ab aus dem Fakt, dass ein Arduino zu einer Tastatur gemacht werden kann. Ja, und ich kann das programmieren, dann kann man das bestimmt auch löten. Ja, und ich weiß, dass ich ein Arduino oder so ein ESP32 zum Beispiel, den kann ich zu einem USB-Stick machen. Ja. Also, da ist dann Flash-Speicher in Anführungsstrichen drauf und der endet dann dann darin, dass ich da Python zum Beispiel Code draufschmeiße und dann wird der ausgeführt, wenn ich Reset drücke. Also geht das? Gibt es Software für, die so ein USB-Stick simuliert? Jetzt frage ich mich, kann ich das nutzen, damit das prototype ich? Ich habe doch so ein ESP32. Das Ding dann einfach quasi in den Block-Device über das Netz rangekriegen. Das ist ja ein bisschen Programmierung, das ist ja nicht viel. Hm. Das müsste doch gehen, oder nicht? Aber warum gibt es das nicht fertig? Das ist ja meine Frage. Das ist ja meine Frage eigentlich. Warum gibt es das nicht fertig? Hast du schon mal gesucht? Ja, ja, ich habe gesucht und es gibt so einen Anbieter für so Retrofit für irgendwelche Maschinen. Der W und T verbindet, habe ich da gefunden, WUT.de und die haben so eine Transferbox und die ist aber eigentlich für solche CNC-Maschinen oder 3D-Drucker und so gedacht, dass du die auf der einen Seite als USB-Gerät ansteckst, auf der anderen Seite halt Netzwerk dran hast und dann ist das halt mehr oder weniger so, dass die wie USB-Steinbeicher funktioniert oder auf SMB-Shares oder so zugreift. Ja, mhm. Aber sowas, ja. Also die Idee macht die schon, ne? Ist ungefähr die Idee, aber ich weiß nicht, ob das das, ja, ich finde, das macht schon wieder viel zu viel. Ja, ich schaue mir die Box auch gerade an, die ist ja relativ groß, ne? Also für das, was ich machen soll, ist die relativ groß. Das heißt eigentlich, das ist jetzt nicht so ein mega komprimiertes, mega komprimierte Schaltung. Ziemlich teuer, ne? Fast 500 Euro, das Ding. Ja. Und die technischen Daten sagen, wir schaffen dann doch schon 100 Megabit. Mhm. Nee, er schafft sogar Gigabit. Oh Gott. Ja, aber das wäre natürlich auch, also Gigabit ist natürlich so ein Minimum, was du da haben willst. Das ist jetzt mit so einem ESP-32 nicht zu erreichen, da ging es ja nur um Proof of Concept. 428 Euro zusätzlich Mehrwertsteuer, nehme ich an. Mhm. Schon ein Anfang, ne? Genau, für so ein Ding. Also vielleicht im Industriellen, okay, aber für jetzt die PlayStation 4. Ah, bist du da? Ja, ich würde, irgendwie würde ich denken, dass es eine Armee von solchen Geräten schon irgendwo in China gibt. Weil das ist ein so offensichtlicher Use Case aus meiner Sicht, weil es eigentlich das NAS rückwärts, also ich habe halt bei den NAS-Anbietern gesucht, bei den üblichen hier Kuna, Synology und was ja alles, wie es hier alle gibt, weil ich dachte, das ist ja quasi das Rückwärtsergebnis, also wenn ich ein Gerät habe, was kein Netzwerk hat, dann stecke ich den USB-Stick dran. Also vielleicht hat auch jemand, der das hört, einfach die Idee, nach was müssen wir suchen, weil ganz oft findest du solche Geräte oder Platinen oder Schaltungen auch bei Ali. Die haben so Zeug manchmal. Was dir ganz oft fehlt, ist einfach nur das richtige Suchwort. Also ich bin nicht draufgekommen auf dem Suchwort. Ja, okay. Ich bin nicht draufgekommen auf dem Suchwort. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil, also wie du sagst, ich habe massenweise Geräte, die USB haben, wo du Speicher brauchst und du hast ja den zentralen Speicher, also gerade daheim, oder? Ja, Geräte vor allem, die ich, wo ich das nicht, ich meine, dasselbe kann ich mir mit SATA vorstellen. Warum nicht, also das Gerät kann halt nur SATA oder es kann IDE oder irgend so was anderes. Warum nicht diese Stützstellen verwenden dafür und dann Retrofit machen? Aber ich habe gesucht, ich habe nur, ich bin nicht draufgekommen. Das müsste gehen, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Dann immer her mit euren Ideen. Genau. Und was hast du noch mitgebracht? Ja, genau. Ein Ding habe ich noch, das ist aber von meinem Kopierwaren jetzt. Weil wenn man jetzt was kopiert und aus verschiedenen Quellen zusammenbaut, dann habe ich gedacht, na, wenn ich das Zeug jetzt alles schon mal einmal anpacke, dann mache ich doch auch gleich eine Duplikatsuche und ein Aussortieren. Und da gibt es ein Tool, warte, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das richtig ausspreche. Auf der Seite von dem gibt es eine Anleitung, wie man das ausspricht. Das wird ausgesprochen, das ist jetzt polnisch. Ich versuche mich jetzt in polnisch. Czkafka. Ja, Czkafka. Czkafka. So wird das aus. Hiccup in polnisch. Polnisch, genau. Schluck auf in polnisch. Und das ist Multiplattform, ist in wunderbaren Sprache Rust geschrieben. Hast du ja bestimmt auch dran in deiner Vorlesung. Ist es prüfungsrelevant? Nee, nee, haben wir noch nichts drin. Wir machen C, ganz, ganz klassisch. Ah, alles klar. Mit allen Gefahren. Ja, okay. Na, genau. Mit Pointern und hast du nicht gesehen, ja. Und das ist, es gibt ja diverse Tools, um Duplikate von Dateien zu finden. Nach Inhalt, nach Prüfsummen, nach weiß der Geier, was für Strategien. Das Teil ist so das Schweizer Taschenmesser. Das kann einfach, also ich habe wirklich alles da drin gefunden, was ich gebraucht habe. Also, hyperkluge Strategien und es ist extrem schnell. Also, das hat wirklich Terabytes mit Millionen von Dateien in fünf Minuten durchgeackert. Und das hat auch ganz schöne Hash-Strategien dabei, sodass er nicht die ganzen Dateien hashen muss, sondern da nur, wo er Unterschiede und so findet, gleich am Anfang. Also, das Ding ist wirklich schnell und wenn irgendjemand von euch Zuhörern oder du, Andreas, mal einen, ja, einen Duplikat-Findeproblem hat, das ist das Programm. Das ist einfach, ich habe noch keins besser gefunden, ist komplett Open-Source, Plattform-übergreifend. Das gibt es wirklich alles. Mac, Freebies, die Windows, Linux, in der Reihenfolge. Genau, das ist wirklich gut. Also, tatsächlich habe ich das Problem, weil ich habe die Eigenschaft, dass ich ganz oft Dateien von meinen Rechnern, von den Laptops, also was ich nicht synchronisiere, öfters mal einfach auf den Server rüber schmeiße. Ja. Einfach alles packen, rüber schmeißen, in den Ordner, mit dem guten Vorhaben, das irgendwann zu sortieren. Und die Dateien, also gerade Downloads, also Geschichten, Bilder, die häufen sich oder Bilder synchronisiert vom iPhone, das häuft sich irgendwann und dann hast du doch relativ viele Duplikate. Und wenn die nicht gerade im gleichen Ordner liegen, mit einem unterschiedlichen Namen und du siehst die Seite bei Seite, finde ich das immer schwer. Du traust dich ja auch nicht wegzulöschen, wenn du nicht frei bist. Ja, genau. Und selbst da bietet dir das Ding nochmal Strategien. Also selbst wenn das ein Duplikat findet, dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, von einer Datei drei Duplikate gefunden. Dann sagst du dem Ding, behalte mal nur die älteste zum Beispiel. Ja. Wenn es Bilder sehen, hast du auch gleich eine optische Differenz. Kannst du angucken. Und dann kannst du sagen, lösch die anderen, aber lass mal die Links da. Also dann existiert die Datei noch an dem Ort, weil manchmal hat man ja ein Programm, was dann die Datei irgendwie an dem Ort braucht. Aber der löscht dir die Daten, die Doppelten, aber lässt die Links da, wenn du das erstellen lässt. Das funktioniert wirklich, wirklich super gut. Also genau, das Ding unterstützt glaube ich explizit Bilder, ähnliche Bilder, ähnliche Videos. Also der guckt tatsächlich in Videos rein und guckt, ob sie unterschiedlich sind und wie viel und so. Musik. Ja, und dann halt alles, was du so an Binärzeug hast. Textdateien oder so. Genau. Also einfach mal auf so ein großes Storage loslassen, Knopf drücken und gucken, was passiert. Weil du das gerade erzählt hast, wie das funktioniert, sagt dir die Mime Sniffing Attack was? Hast du schon mal gehört? Mime Sniffing Attack. Weißt du, die Header immer angucken, was das für eine Datei ist? Nicht die Header, nicht die Header, aber die Idee ist im Prinzip genau das. Also das haben alte Browser gemacht, vor allem der Internet Explorer. Machen auch Web-Server haben das gemacht, um zu gucken, was sie da jetzt eigentlich liefern. Genau, und die haben was gemacht. Und zwar hat der, zum Beispiel der AI, aber andere auch, eine Datei, also statischen Content genommen und die ersten 256 Byte angeschaut. Und hat dann gedacht, das ist ein GIF oder das ist eine CSS-Datei oder das ist eine HTML-Datei. Steine These. Und auf Basis der ersten 256 Byte haben die Dateien eine unterschiedliche Berechtigung gehabt, also was da passieren darf. Und dann guckt so ein Ding, das ist ein Bild und das Bild kann ja eh nichts, also muss mir da keine Sorgen machen. Und das Problem ist, dann wurde das Bild eben HTML gerendert. Und dann war halt nach 256 Byte kein Bild mehr da, sondern HTML mit JavaScript. Und weil der Rechner dann oder der Browser gedacht hat, das ist ein Bild, dann hat er das halt ohne Probleme gerendert. Und das war eine Möglichkeit, dass du früher JavaScript aufs Einschleusen können. Und das wurden halt knallhart dann ausgeführt. Aber warum? Okay, ich frage einfach gar nicht nach dem Warum, warum man sowas da reinbaut. Geschwindigkeit, einfach Geschwindigkeit, weil du gesagt hast, nach 256 Bytes, du musst dann die Datei nicht weiterlesen, dann weißt du, was es ist und dann ballerst du das halt direkt rein und renderst aus dem Browser. Ja, aber warum überhaupt reingucken? Dass du eben die Berechtigung festlegen kannst. Also statischer Content hat, nennst du dich Authority. Also der darf nichts oder eigentlich macht er nichts und deswegen kann sie den ignorieren. Und bei einem Skript musst du darauf schauen, was das Skript machen darf. Also wenn das Skript von woanders herkommt. Und bei einem Bild, wenn das woanders herkommt, dann renderst du das ja trotzdem. Aber also Stichwort Cross-Site Scripting. Wenn ein Skript von einem anderen Server käme, darf das eben nicht alles in deiner Datei machen. Also jede JavaScript-Datei lebt ja so, je nachdem von welchem Server, von welcher Site die kommt, also Origin heißt das Ding ja, lebt ihr in ihrem eigenen JavaScript-Universum. Also das Skript von, weiß ich nicht, nehmen sie mal Facebook, wenn du so ein Facebook-Plugin da laufen hast, das darf jetzt dann nicht den Rest von deiner Seite manipulieren. So Geschichten und das konntest du oder sowas konntest du eben damals umgehen. Man hat das, glaube ich, relativ schnell gemerkt, noch abgeschaltet. Also das ging so ein bisschen danach. Also ich sehe da einfach dann die Gefahr da drin. Hast eine Datei, die da am Anfang genauso ähnlich aussieht und sich dann doch irgendwie unterscheidet. Aber ich denke, da haben die bestimmt dran gedacht mit dem Tool. Ja, die benutzen ja auch, also die haben das ja nicht in dem Tool drin, diese ganzen Sachen, sondern die benutzen ja dann auch wieder irgendwelche Tools. Es gibt, das kann ich jetzt vielleicht darauf hinweisen, weil du das jetzt so erwähnst, es gibt mehrere Contests, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo das Ziel ist, in einer, eine Datei zu ganz vielen anderen Formaten kompatibel zu machen. Also du hast eine Datei, die ist gleichzeitig ein JPEG, eine ZIP-Datei, ein PDF, eine PNG-Datei, eine EXE-Datei für Windows, eine EXE-Datei, eine Ausführbare-Datei für Linux und je nachdem, wo du das auf und womit du das öffnest, passiert dann das eine oder das andere. Krass. Hast du noch nicht gesehen? Nee, kenne ich nicht. Okay, so du suche dich mal raus. Klingt total. Ich versuche dich mal zu finden. Es gibt reichlich so Zeug. Wer kommt noch auf die Ideen? Also manchmal, ja. Ja, sehr coole Geschichte. Genau, one file creating one logical file with two different processing multiple file formats in the same file. Ich habe mich ja mit Dateien lange nicht mehr beschäftigt und ich weiß auch noch früher, wo ich Pascal programmiert habe, wo man so GIF-Bilder ausgelesen hat und wo dann am Anfang ja die Farbpalette drinsteht, nach den ersten paar Byte und Farbpalette auslesen. Ich stelle mir das gerade so vor und wie krass müssen sich Dateien ähneln, dass es eben ein ZIP oder ein JPEG sein kann. Also okay. Was es nicht alles gibt, ne, Ihre? Okay, das packen wir aber auf jeden Fall mit rein. Das suchen wir noch und packen das nicht schon jetzt rein. Genau, also kennen bestimmt auch mindestens einen Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer. Und kann das dann beitragen. Ich suche das dann mal raus, also muss ich mir merken, dass ich das raussuchen soll. Genau. So, du hast aber auch jetzt Neuigkeiten gehabt. Ja, ja, du hattest mir so einen coolen Tipp gegeben mit dem Windows 11. Ich habe es eigentlich auf dem Service hinbekommen. Ich hatte ja auch einen Versprecher drin, nicht TCP-Chip, eine TPM-Chip. Wie bin ich auf TCP gekommen? Ja, die TCP, war doch mal die, TCP-A war doch mal der Ansatz, oder? TCP-A ist das? Kann sein. Und TCP, aber der TPM 2.0. Telefon Consumer Protection Act. Ja, genau. TCP-A. TCP, so bin ich dann draufgekommen und irgendwie war da was im Hinterkopf. Und auf jeden Fall wird dieser TPM 2.0-Chip für Windows 11 herausgesetzt. Und dann hattest du ja diesen Link, diesen quasi Hack offiziell von Microsoft zugeschickt. Also es ist tatsächlich ein D-Wort in der Registry erzeugen, den Rechner gleich einmal neu booten, dann Insolationsmedium auf USB runterladen. Ganz wichtig, du kannst, wenn du ein Windows 10 schon am Laufen hast, nicht vom USB-Stick dann booten, sondern du bootest ganz normal, gehst auf den USB-Stick, startest Setup und der prügelt das dann drauf. Das lief jetzt bei mir auf dem Surface. Es hat recht lange gedauert im Vergleich zum anderen Notebook. Also der lief wirklich so vier Stunden, drei, vier Stunden für das Update, was auch immer der gemacht hat. Ich glaube, der hat noch das ganze Zeug runtergeladen. Also es reicht ein 4-Gig USB-Stick zum Starten von der Installation. Spannend ist aber auch wieder, du kannst das Ding nicht runterladen. Also du musst wirklich diesen USB-Stick vorher erzeugen. Aber auch da gibt es inzwischen von Microsoft ein Tool. Also das ging dann relativ schnell. Kannst du dir erklären, wieso Microsoft das nicht anbietet, was Apple zum Beispiel anbietet, das sich dann sozusagen im BIOS, heißt ja nicht mehr BIOS, in dieser Open-Firmware reinboote und dann einfach das Betriebssystem von dort gezogen wird? Ich meine, wie viel Gigabyte kann das sein, dieser Loader, der das Zeug dann einfach von dem Server zieht? Weiß ich nicht, ob die Standards das beschäftigen. Ich habe ja, als ich damals mein, was heißt damals, letztes Jahr meinen BIOS-Brick, da müssen wir mal noch drüber, oder meinen BIOS-Gebrick Da hatte ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Du hast einmal das, also das alte BIOS quasi, was ja nur zum Laden dann von der Firmware benötigt wird und dann gibt es noch diesen UEFI-Standard, hab ich mal da so auch zu Hause inzwischen, den man dann explizit einstellen kann. Der läuft auf diesem Surface. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt kann oder ob das in dem Standard vorgesehen ist. Also vorgesehen ist, dass du eigene Applikationen in den UEFI reinpackst. Also du könntest theoretisch, also ich sehe keinen Grund, warum man dann nicht das erweitert, um dann so einen Loader drin zu haben. Dass du da drüber genau einen Loader, dann bräuchte es halt wieder Netzwerk. Vielleicht ist es tatsächlich einfach, wenn das Ding auf dem USB-Stick ist und du davon bootest oder du das davon startest, dann ist es relativ safe. Das ist auf jeden Fall läuft. Das mit dem Netzwerk, das kann ich mir schon gut vorstellen. Schau dir mal an, ich meine BIOS-Update, bei dem Notebook, was ich da habe hier, so ein HP-Notebook, das macht das Netzwerk dran und dann sagt das so, ja, ja, ich mache jetzt hier mal BIOS-Update im BIOS. Also da ist noch kein Betriebssystem gebootet, nix? Also das, ja. Offensichtlich ist das Stand der Technik. Aber ich hätte halt erwartet, dass ich meinen Rechner kalt starte. Ich meine, sogar die Windows-Lizenz selber ist ja im BIOS hinterlegt. Also die ist ja auf dem Gerät im BIOS, das Zertifikat von meiner Lizenz hinterlegt. Und in einem von meinen Rechnungen habe ich sie kaputt gemacht, weil ich es BIOS mit einer Alternativ-Version geupdatet habe. Aber das brauchte ich halt, deswegen habe ich das geupdatet. Also weiß ich nicht, aber hat funktioniert das Ganze, also mit dem USB-Stick. Und ich meine, du kennst es auch, wie es früher war, also begeistert, dass sowas geht, kannst es installieren, upgraden. In dem Surface ist so ein, glaube ich, 1.2 TPM-Chip drin und läuft und läuft auch, also trotz aller Unrufe, was du auch manchmal liest in der Presse oder Medien, das läuft stabil, läuft schnell. Ich habe mit den Treibern jetzt kein Problem. Klappt, ne? Oder funktioniert. Und da frage ich mich aber, warum wird das jetzt standardmäßig nicht angeboten, dass du einfach sagen kannst, jo, trotz aller Risiken etc. Ich kann mir schon echt vorstellen, warum. Also weil die Zöpfe haben sie ja abgeschnitten an Stellen, wo, also die Supporte der Hardware, an Stellen, wo sozusagen Befehlssätze in den CPUs drin sind, auf denen sie dann aufbauen wollen im nächsten Schritt. Also ich würde jetzt sagen, das wird der Zeitpunkt kommen, wenn das Sicherheitsmechanismen eingebaut werden, die dich vor irgendwelcher schädlichen Software schützen, die diese Befehlssätze oder bestimmte Funktionen benötigen in den CPUs und die hat deine CPU und dein TPM halt nicht. Ja. Und das wird dann dazu führen, dass diese Patche, diese Updates dann nicht mehr verfügbar sein werden. Die Frage ist halt, wird es diese Funktionen geben? Sind die dann überhaupt wirksam? Also will man die haben oder nicht? Oder was wird das dann? Ich finde die Entscheidung auch nicht gut, dass man Rechner, die, weiß ich nicht, zwei Jahre alt sind, dann schon da abgeschnitten hat. Die dann noch, oder drei Jahre ist das Surface alt, ne? Drei, drei, genau. Also drei Jahre und das ist eigentlich für Hardware. Also ja, es kommt eben schneller, schnellere Hardware etc. Aber ganz ehrlich, also bei mir läuft auch noch an einer Stelle ein Raspberry 1, ohne Probleme. Das läuft seit Ewigkeiten, das Ding geht nicht kaputt. Ich habe ein, was ist denn das inzwischen, ein 2016er, 15er Macbook, so ein kleines, das haben wir einmal was reparieren müssen, aber das Ding läuft immer noch. Es gibt halt keine neue Updates mehr für die ganz alten. Ja, aber die Hardware läuft nur. Selbst mein iPad 1 kann es nicht mehr viel mitmachen, aber läuft immer noch die Hardware. Das stimmt, da kannst du gar nichts mehr mitmachen. Da kriegen ja nicht mehr Webseiten mehr, auch der Browser ist derartig alt. Ne, ne, genau, der Browser geht gar nicht mehr, das ist Katastrophe. Aber, also von der Hardware her, es ist eigentlich schade, dass bei uns da nicht, na, dass man da nicht ein bisschen besser ist, ne? Da fällt mir immer wieder von dem, was war noch der C36, war das 35 oder 36, C3, da gab es einen Vortrag über diesen blauen Engel für Software, wo eben sichergestellt werden soll, dass die Software, also A, mit jedem Update nicht dicker, sondern schlanker wird, nicht umfangreicher, sondern schlanker wird und dass du diesen Stempel bekommst, muss die Hardware immer auf fünf Jahre alter Hardware laufen, finde ich, also von der Nachhaltigkeit her eigentlich eine coole Geschichte. Ja, das sollte ja eigentlich auch nicht so, also es ist ja eigentlich kein so riesiges Problem. Ne. Ich hätte jetzt auch direkt ein Beispiel parat, was mir gestern aufgefallen ist. Du hast eine Apple Watch, hast du eine? Ich habe eine, ja, ja. Ich habe die Apple Watch Serie 0 noch und die benutze ich noch. Ich habe jetzt bei allen beiden Serie 0 Geräten, die ich habe, habe ich schon die Batterie getauscht, also das Ding aufgeknackt und Batterie getauscht wieder zugeklebt. Die laufen, die werden für Schlaf-Tracking verwendet und die sind sieben Jahre alt. Sieben. Ich habe, was ist das, ist das so eine erste Ehe? Ich muss mal nachgucken, was ist. Ich habe mir aus der Zweiflung letztes Jahr eine neue holen müssen. Ich erzähle dir mal, was ich hatte. Meine alte, was eine Vierer war das. Habe ich an, haben mit dem Presslufthammer gearbeitet. Presslufthammer? Ja, ja, wir haben eine Wand abgerissen mit einem richtig großen, schweren Presslufthammer und da hat es mich auch irgendwo mal rangelehnt und hat irgendwie verplant, dass ich die Uhr noch an hatte. Also normalerweise ziehe ich das Ding aus bei schwerer Arbeit und gucke irgendwann auf die Uhr und denke so, boah, ist da Staub auf dem Display? Nee, das ganze Display ist verbrochen und alles kaputt. Also die liegt und muss ich aber auch sagen, ich habe schnell eine gebraucht und dann gab es halt ein Angebot und auf Raten und dachte ich, ja komm, aber ich schmeiße die auch nicht weg. Die liegt echt noch in der Schublade und eines meiner Projekte ist, ich will das Display tauschen. Also ich habe gesehen, es gibt Sets, die sind relativ günstig und du kannst das komplette Oberteil von der Uhr im Prinzip tauschen und das wollte ich mal noch machen, weil der Rest geht ja noch. Also die Uhr an sich ging noch, aber es war halt nur das komplette Display mit allem drum und dran, halt ein bisschen kaputt. Wasserdicht wird die nicht mehr sein. Ja, das ist auch bei meinen nicht mehr, wenn ich das tausche. Das ist der Punkt, also die muss halt tatsächlich bei mir wasserdicht sein und ja, aber habe ich halt einmal geschrottet und aber die läuft auch noch, also trotz kaputtem Display. Genau. Die Hardware ist recht haltbar. Ja. Das ist tatsächlich vom Umweltbundesamt gewesen, der Vortrag. Genau, da waren… 36C3, wie klimafreundlich ist Software? Ja, genau und da war dann, glaube ich, von der FH in, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Trier, war das Trier, die Forscherin da mit der Ministerin vom Bundesamt. Birkenfeld, Umweltcampus Birkenfeld. Okay, sorry. Umweltcampus Birkenfeld und das Umweltbundesamt. Die haben verkündigt, dass das dieses letztes Jahr kommen sollte, irgendwie so. Ja, wie cool. Wir hängen von den Herstellern ab, ob die sich da zertifizieren lassen, aber ich finde im Prinzip diesen Ansatz gut, dass du eben sagst, guck mal, wenn du Hardware hast oder Software hast mit dem Stempel drauf, dann läuft das eben auf älterer Hardware, weil es gibt ja, also gerade bei der Hardware, die du heute hast, es gibt ja keinen Grund, dass du so ein vier, fünf Jahre altes Laptop wegwirfst, also das Zeug ist ja… Nee, die gibt es wirklich nicht. Also gut, es gibt schon sehr komische Kisten, die so alt sind, aber ich glaube, wenn man vor vier, fünf Jahren was gekauft hat, was wirklich benutzbar war, dann hat man keinen Grund, das heute eigentlich wegzulachen. Aber ich habe selber auch ein paar Geräte, die sagen, die sind nicht updatefähig insofern. Ich habe es auch auf einem gemacht, da so eine kleine Nookbox, habe ich mir irgendwann mal erzählt und da habe ich das auch gestartet, das Update. Ich empfinde das jetzt nicht als großen Fortschritt. Also ich habe, das sieht alles anders aus und ich kann immer noch Fenster beim Rendern zugucken, das ist unerträglich bei Windows. Es ist kein Quantensprung, du hast ein bisschen Änderung in der UI. Problem aus meiner Sicht ist tatsächlich, wenn du auf mehreren Rechnern Windows laufen hast und jetzt eben diese krass unterschiedliche UI hast. Das ist halt mehr. Ja, vor allem hat Windows ja mittlerweile, wie viele UI-Generationen diese mitschleppen? Ich meine, da gibt es die ganz alten WinForms Sachen, dann hast du das Windows Presentation Foundation, dann hast du irgendwas dazwischen drin und dann hast du diese Kacheln, hast du dann noch, wie heißen die? Metro, Metro gab es dann noch. Metro gab es noch. Das ist Unified, irgendwas, wo alle Applikationen gleich waren. Windows, Unified, boop. Oh nee. Doch, doch. Irgendwas mit WUP oder so. Oh Gott. Ich habe auch einen Überblick verloren an der Stelle. Ich habe im Moment wieder WinForms Applikationen und es ist ein grausames Spiel. Es ist wirklich furchtbar, es ist wirklich grauslich. Ich weiß noch, wie das geht. Ja, ich weiß auch noch, wie das geht, aber das ist trotzdem schrecklich. Mit GDI-Rändern in WinForms, aber geht ja alles noch. Da ist da interessanterweise die Abwärtskompatibilität gegeben. Also das läuft ja auf dem Betriebsthema, aber wie gesagt, kriegst du das nicht auf der neuen Hardware. Ja gut, bevor ich jetzt rante mit .NET Framework und .NET und wie die ganze Benamung alles funktioniert, bis ich das herausgefunden habe, um Gottes Willen. Also läuft, läuft jetzt bei mir auf zwei von drei Rechnern, kann sie mit arbeiten. Also von daher ist das eigentlich ganz okay. YouTube Subtitle automatisch download. Was? Ja, genau. Also bei dem Beheben der Announcements von dem Podcast, dann dachte ich mir, komm, also wir arbeiten mit dem Podlove Plugin für WordPress und da kannst du auch Subtitles hochladen. Dann habe ich mal geschaut, wie vollständig eigentlich hier unsere Dateiresourcen sind, die wir da anbieten und da dachte ich, packst du mal die Subtitles noch mit rein und früher gab es die, also früher, vor zwei Jahren hatten wir noch die Möglichkeit, nachdem du ein Video hochgeladen hattest, YouTube rendert oder erzeugt automatisch, KI-basiert die Untertitel, wenn du die Sprache ausgewählt hast und eben sagst beim Hochladen, dass die Sendung noch nie im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dann erzeugen die so einen Untertitel und so eine SRT-Datei und die konnte man runterladen. Das geht anscheinend nicht mehr. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, aber ich habe ein Tool gefunden, da schmeißt du von einer x-beliebigen YouTube-Sendung, Folge, was du auch immer hast, schmeiße die URL rein und das bietet dir dann eben an, die Subtitle runterzuladen, entweder nur als Text oder auch mit Marken. Also das klappt relativ gut, die Texterkennung, wenn du mich fragst beim Podcast, ist so, ist ein bisschen zwiegespalten. Aber ich finde es ein cooles Tool, weil du kannst relativ schnell die ganzen Untertitel eben runterladen und hast eben dieses SRT-Standard-Format erstmal da. Ich habe mir überlegt, ich packe die ganzen SRT-Dateien mal in den Repository in GitHub und wenn wir irgendjemand finden, dem langweilig ist, dann kann er gerne die Untertitel verbessern, was da die KI verbrochen hat. Aber ich dachte einfach mal, auf Spaß, wir packen die rein und vielleicht kann man über die Monate, Jahre, also über die Folge sehen, wie vielleicht die automatische Erkennung von YouTube immer besser wird. Und vielleicht da direkt noch mit, es gab dann auch von diesem Plugin eine Aktualisierung, weil wir haben ja immer noch das Problem mit den Show Notes, wir kopieren die ja quasi in die Beschreibung rein und dann wird das dementsprechend in Feeds auch angezeigt. Auf der Webseite war das ein bisschen unhübsch und dieses Plugin bietet jetzt eben auch an, dass wir die Show Notes als einzelne Links reinpacken können. Das verwendet der Tim Britlaff ja seit zwei Jahren bei sich auf seinen Seiten, aber das Ding gab es halt nie, also nur in der Preview oder in der Beta gab es dieses Plugin und das jetzt quasi mit der Wiederaufnahme von unserem Podcast haben sie das extra anstellen. für uns rausgebracht. Ja, ja, endlich die wieder am Arbeiten, dann müssen wir mal loslegen hier. Genau und deswegen habe ich jetzt die letzten zwei, drei Folgen, also ich bin jetzt dabei, das so nach und nach alles nachzuarbeiten, packe ich das jetzt in die Show Notes rein, wer bei uns auf der Webseite dann eine Folge rauspickt, also direkt auf die Episode geht, der bekommt dann auch da quasi die ganzen Links entsprechend aufgelistet, also 27 und 26, ich glaube auch 25 sollten schon da sein. Also das, wir werden immer ein bisschen besser. So, jetzt habe ich gleich eine Frage noch wegen den Subtitles. Hast du YouTube DL probiert? Nicht für die Subtitles, kann der das auch? Ja. Und du benutzt bitte nicht YouTube DL.org, weil das ist alt und funktioniert nicht richtig. Kann ich dir gleich hier mal Service machen. Ja. Es gibt einen Fork davon, der heißt YouTube YT-DLP, den gibt es auf GitHub und den benutze ich. Das ist ein YouTube DL Fork mit zusätzlichen Features, der downloadet auch, der funktioniert bei YouTube und der kriegt auch Subtitles raus, ohne Probleme. Ich benutze den täglich. Das ist noch besser, weil dann können wir das ganze Ding auch tatsächlich ein bisschen mit dem GitHub automatisieren. Das YouTube DL empfehle ich tatsächlich meinen Studenten, Studentinnen. Warum? Weil die bei uns manchmal Videos erstellen oder Präsentationen, gerade jetzt in dieser Pandemie-Geschichte, Präsenz, Präsentationen geht nicht, macht Video als Gruppe, ladet das hoch. Jetzt haben wir bei uns hochschulseitig ein Problem. Wir können nur 300 MB-Dateien hochladen und manchmal sind ja so Videos ein bisschen größer. Häufiger. Und ich setze bei denen nicht voraus, dass die das Tooling so beherrschen, dass die sowas machen können wie, habe ich ja mal von der FEM gelernt, ist deine Datei zu groß, rendert das Ding halt mal mit 24 oder 23 Frames pro Sekunde, fällt keinem Menschen auf. Meistens nicht, bei Vorträgen schon gar nicht. Aber du kriegst halt unheimlich viel Platz gespart. Und was ich denen immer empfehle, ladet das Video ungelistet bei YouTube hoch, dass ihr das einmal da oben habt. Dann wartet halt die zehn Minuten, bis es gerendert ist und dann nehmt genau die URL von dem ungelisteten Video und ladet das wieder runter über YouTube.dl oder eben den Fork, den du jetzt da hast. Und dann schafft man da mal locker von einer 3, 4, 500 MB-Datei, rendert YouTube das auf 50 MB runter, ohne dass du jetzt da merklich Qualitätsverluste siehst. Und ich habe mal nachgeschaut, was die verwenden. Die basieren ja oder die basieren ja fast komplett auf FFM-Pack, von dem Rendern. Ja. Meinst du YouTube jetzt? YouTube, ja. Das sieht nur so aus. Okay, ich kann ja gleich mal erzählen, was die da so erzählt haben. Also die haben mittlerweile eigene Hardware dafür gebaut, um das Zeug umzutranskodieren. Und die machen den meisten Teil von dem Zeug von ihrer Pipeline mittlerweile in Hardware. Oder das heißt mittlerweile schon eine ganze Weile lang. Weil das nicht anders sich rechnen lässt. Also wenn du das wirklich mit Software und mit Intel-CPUs oder Intel-kompatiblen CPUs machen würdest, das würde sich nicht rechnen. Aber dann haben die das mal auf FFM-Pack gerechnet. Also es kann sein, dass die FFM-Pack dafür benutzen, um das, was dann da rausfällt aus der dedizierten Hardware an Frames, in irgendein Container-Format vor- und zurückwärts zu konvertieren. Das kann sein, dass dafür FFM-Pack genutzt wird. Aber das eigentliche Encoden passiert wohl woanders, soweit ich informiert bin. Was ist interessant? 300 Megabyte geht das bei euch an der Uni? Ja, das ist halt einfach ein Limit, das mal gesetzt wurde. Ja, jetzt muss ich bragen. Es gibt ja seit einem Monat, also seit dem 31.12. gibt es den Venture-Tube bei uns auf Lucky, auf diesem GTA-RP-Server, ein Thema von der letzten Folge. Da kannst du deine eigenen Videos hochladen. Die dürfen 500 Megabyte sein pro Stück. Die Spieler dürfen 500 Megabyte hochladen. Und das wird benutzt wie Wahnsinn. Und schon sehe ich meine StudentInnen abwandern nach Lucky Five, woher sie da mehr hochladen können. Es wurde früher ja auch nicht so intensiv genutzt. Du erinnerst dich am Anfang, wo ich auch bei der FEMMA angefragt hatte, wie kriege ich eigentlich meine ganzen Daten da auf die Hochschule. Wir waren ja mal bei 50 MB oder so und da wurde auf 300 gesetzt. Es ist halt, wenn du mehrere tausend Studierende hast, die da Daten hochladen, Videos hochladen. Wir haben jetzt nicht so eine Hardware wie Google da stehen. Wir haben so eine Handvoll Plates. Das ist eine öffentliche Einrichtung. Du bist ja froh, wenn du eine ordentliche Hardware hast. Und jetzt kannst du die natürlich ja nicht alle drauf loslassen. Also du kannst jetzt nicht mehr in der Firma hingehen und dann einfach, was weiß ich, ein Storage-System für eine sechsstellige Summe da hinstellen. Bezahlst du eigentlich für YouTube? Bitte? Bezahlst du für YouTube? Wo wir gerade bei Kosten sind und nicht leisten und so. Du meinst das Monatsding da, wo ich permanent draufklicke. Nein, möchte ich nicht. Echt? Seit einem Jahr. Ja, ja, ich klicke da immer drauf. Ich kaufe das. Ich kaufe das. Weil es ist eines meiner Haupt-Medien-Konsum-Dinger. Ist YouTube. Und du kriegst YouTube-Music mit dazu. Das wird bei mir Spotify direkt ersetzt. Okay. Und das ist super. Das ist wirklich gut. Keine Werbung. Nirgends. Also ich habe wirklich nirgendwo Werbung. Und das ist alleine der Grund, warum ich das haben wollte. Ich ertrage Werbung nicht. How much is the fish? 12 Euro. 19 Euro. Okay. Wollen die nicht genau. Pro Modus. Pro Monat. Ja, das ist so groß. Ja. Wie gesagt, es hat Spotify ersetzt. Ja. Und Netflix habe ich auch nicht mehr. Okay. Das ist weg. Ah. Ah. Netflix haben wir so ein Log. 17,99 Euro. Mit den Ketten. Das war natürlich genau mittendrin. Von 19 und 12. 17,99 Euro. Und zwar ist das ein Family Membership, weil das ist nämlich auch ziemlich praktisch. Meine Frau hat ja denselben Zugang. Also die benutzen ihren eigenen Account und damit kann sie auch werbefrei gucken. Okay. Und auch YouTube Music benutzen, wo wirklich die ganze Musik drauf ist. Das ist wirklich gut. Okay. Ich benutze nämlich YouTube. Damit rechtfertige ich das, was ich als nächstes sagen werde, weil ich dafür bezahle. Ja. Video umrechnen ist ja auch heute noch ein ziemlich zeitaufwendiges Problem. Wenn du ein Video einfach von einem Format in ein anderes konvertieren möchtest und vielleicht auch die Qualität ändern möchtest, die Bitraten ändern möchtest, so Späßchen. Grausam. Ich mache das auch für manche Vorlesungsvideos. Lad es auf YouTube und such dir dann mit YouTube.dl die richtige Version aus. Weil YouTube rechnet ja das in all diese Formate um. Okay. Und das geht wesentlich schneller als jeden Rechner, den du kaufen kannst. Ja, okay. Also ich habe das Zeug, also auch meine Streams zum Beispiel, wenn da habe ich teilweise irgendwie fünf Stunden, acht Stunden Video. YouTube, einfach bei Twitch, Rechtsklick, hochladen, fertig. Oder direkt bei YouTube hochladen die Rohdateien. Und dann ziehst du dir dann die umgerechneten kleineren Dateien runter. Okay. Also natürlich Qualitätsverlust, aber das hättest du ja eh, wenn du es umrechnen wolltest. Also im Prinzip genau das passbar für die Vorträge machen. Genau. Geht halt wohl wirklich, wirklich viel schneller. Ja, klar. Nee, ich kenne das, ich habe dann, wenn ich teilweise die Vorlesung oder eben Vorträge hatte. Ich habe ja inzwischen ganze Batchdateien mit Zeilen, also wirklich Zeile für Zeile, FFM-Pack mit, also da kannst du dich ja kaputt machen, was die Parameter angeht. Das stimmt. Ich frage mich gerade, ja. Ich frage mich gerade, ob die, ob das effizienter ist, also rein ökologischer ist. Wenn ich die Spezialhardware von YouTube beschäftige damit, das zu tun, wofür sie gebaut wurde, verglichen mit meiner General-Purpose-Hardware, die hier für zwei Stunden 300 Watt in die Luft pustet. So stromtechnisch ein wahrscheinlich nicht geklärtes Mysterium. Naja, aber die werden ja nicht, die werden ja nicht auch, also die rechnen da dann irgendwie zehn Minuten dran und mein Rechner würde eine Stunde dran rechnen. So ungefähr ist das Verhältnis gewesen. Ist die Frage, sitzt du nur am Rechner, also macht er nur das oder machst du irgendwas anderes an der Rechner? Ja, ja, der kann auch nur noch, also ich rede schon von alle Kerne Vollgas. Das Ding lüftet wie der Wahnsinn, hat dann seine 300 Watt Stromverbrauch mit allem. Dann dürfte wahrscheinlich eine optimierte Hardware da schon besser laufen. Würde ich auch denken. Und dann mit dem Hochladen, dem Overhead hochladen, speichern und wieder runterladen. Wäre mal eine interessante Theorie, ob das effizienter ist für die Hardware, die ich habe. Vielleicht hört hier jemand von Kugel zu, kann ja auch die Frage beantworten. Fühlen die nicht solche Statistiken, wie viel so eine Suche, gab es doch immer mal, wie viel eine Suche an Strom braucht oder so. Das gibt es, wie viel kostet jetzt so eine Suche, das hatte ich noch im Kopf, das gab es mal irgendwann. Da müssen wir mal schauen, ob wir da was finden. Aber soviel zum Podcast. Und was gerade durch die Mails bei uns ging, wir haben, muss man auch mal ein bisschen Werbung machen für die Hochschule. Wir haben so einen Kurs oder eine Veranstaltung Embedded Systems und kennst du dieses Projekt Blinkenlights? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und war da nicht auch der Tim Prittlaff daran beteiligt? Ja, ich würde sogar sagen, ich würde ihn sogar zum Projektleiter machen an der Stelle. Und die haben bei uns an der Hochschule, dem Kurs, was Ähnliches gebaut. Wir haben ein relativ großes Gebäude, fünf Stockwerke hoch und dann viele Zimmer breit und dann haben die, glaube ich, ein Drittel oder die Hälfte vom Gebäude. Oh, da fliegt gerade eine Katze durchs Bild. Ja, ich tue sie mal kurz runter, bevor der gleich der Podcast endet. Ich dachte, es ist nur ein Schal oder so, den du dir jetzt umlegst, aber weißt du, eine Katze. Die ist hier gerade auf dem Tisch. Und die, verlinken wir mal das Video, der Kurs hat sowas installiert in den Fenstern, also so LED-Rahmen, die haben da auch was laufen lassen. Okay. Die Aufnahme, die man da sieht, ist also nur mit einem Handy gemacht. Und sehr krass ist die Anforderung, diese Installation, die die gemacht haben, musste rückstandslos entfernt werden können. Also die können das jederzeit reinbauen und wohl abbauen. Aber sehr cool. Und das wurde eben von StudentInnen gebaut im Rahmen von einem Projekt. Und wie heißt das, hat das einen Namen, das Projekt? Die haben das irgendwie jetzt da nur Window Tetris genannt. Aber ich finde, wenn du da Window Tetris Hochschule Heilbronn, glaube ich, suchst, dann findet man das. Aber wir packen mal den Link in das Video auch rein. Also wirklich aktuell ist das gerade durchgeflogen bei den Mails. Und ich habe extra geschaut, das Video ist gelistet. Ah, das ist ein YouTube-Video auch, ne? Ja, ja, das ist ein YouTube-Video. Die haben es auf YouTube hochgeladen. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, was sie da gemacht haben. Ist das vor zwei Stunden als hochgeladen worden? Ja. Das ist ja möglich. Top aktuell, Mensch. Top aktuell. Und Achtung, war aber schon indiziert bei Google. Ja klar. YouTube, Google. So. Cool. Also Blinkenlights ist ja sowieso. Generell Blinkenlights, das werden wir auch mal verlinken, das ist ja generell was, was man sich mal angucken kann. Da gibt es auch extrem gute Videos zu. Ja. Und es ist schon extrem auch beeindruckend, was da passiert ist. Aber sehr schöne Geschichte, was die da gebaut haben. Oh, die Webseite von Projektblinkenlights ist aber auch echt aus dem letzten Jahrtausend. Das ist ja krass. Und dann, ich habe noch einen Punkt, da wollte ich dich mal fragen, weil da habe ich eigentlich komplett letzte Woche damit verbracht. Wo sucht man eigentlich SSH-Keys? Also wenn du private Keys abgelegt hast, wo liegen denn die bei dir? Private Keys? Die lege ich nirgendwo hin. Aber wenn du jetzt einen Key per generierst. Also meinen privaten Key, den ich verwende, um mich in alle meine Kisten einzuloggen, der ist in N-Pass mit drin. Aber wenn du das jetzt standardmäßig mal generierst, also du brauchst einen neuen SSH-Key, generierst du den, dann wird das ja standardmäßig in so eine Punkt-SSH-Ordner abgelegt. Also sowohl unter Windows als auch unter Linux eigentlich gleichermaßen. Du gibst einen privaten Key, Public Key, den Public Key lädt man ja irgendwo hoch. Und jetzt weiß ich ja, ich bin ja so ein bekennter Fan von Ansible, um wirklich echt alles zu automatisieren, was ich irgendwo installiere. Und dann dachte ich die Tage mal, okay, bringst du ein paar neue Sachen auf den Server und ein paar Updates, weiß nicht, was ich alles geupdatet habe. Und habe das BSL auf 2.0 geupdatet und Ubuntu ist auf 2.0.4 geupdatet und habe da irgendwie auch wirklich nicht drauf geachtet und wollte das Ding laufen lassen und bekomme ganz, ganz komische Fehlermeldungen. Und habe es auch gebloggt inzwischen in einem anderen Blog auf meiner erheil.de-Seite und bin da drüber gestoppt und ich, also Fehlermeldungen, hat gar nichts gesagt, ging nur, Server kann nicht gefunden werden. Und dann habe ich mich per SSH direkt drauf verbunden und geht nicht und hast ihn nicht gesehen. Und einen anderen Rechner probiert, da hat dieses rein SSH, also das Ansible geht ja auch nur per SSH drauf und ohne Probleme geklappt. Und dann hat die SSH so eine Config-Datei, also auch ein Punkt SSH, kann man sich eine Config-Datei anlegen, da schreibst du eben rein, welcher Host, also kannst du reinschreiben, welcher Host, unter welchem User, mit welchem Key sich da einloggen soll. Das heißt, je nachdem, wenn ich mich auf GitHub verbinde oder an die Hochschule verbinde oder auf meinen privaten Server verbinde, werden eben unterschiedliche Keys verwendet. Und hat einfach nicht geklappt. Und das Problem am Ende war tatsächlich, dass dieses Skript, das bei Ansible ausgeführt wird, als root ausgeführt wird, weil der hier installieren soll. Und nimmt den root SSH-Key. Genau, und der nimmt den root SSH-Key. Und ich habe da ewig lang wirklich durchdebacken müssen, also systematisch auch geschaut, versuch es mit dem User und mit einem anderen Key-File, bis irgendwann mal eine richtige Fehlermeldung kam, wo gesagt wird, er findet dieses Key-File nicht. Dieses root, also kein Key-File unter root, weil er ja meins vom lokalen User nicht genommen hat. Und jetzt kommt das Krasse auf einem anderen Rechner. Das gleiche Skript ausgeführt, ohne so ein root SSH, geht das noch mit einer anderen Version von diesem Setup. Ich kann dir noch nicht mal sagen, an was das liegt. Du wirst kirre bei sowas. Und das Krasse, also die Quintessenz, ist, wenn du danach googlest, gefühlt die ersten 10.000 Treffer auf Stack Overflow und sonst irgendwo, wird es immer der Software zugeschrieben. Es wird immer gesagt, hier ein Fehler in der Software und da irgendwas machen und da das Ansible und da upgraden und hier das Linux. Hast du ganz gesehen, was dir empfohlen wird, was du alles machen sollst. Anstelle, dass mal jemand sagt, guck doch mal, unter welchem User das läuft, also tatsächlich ausgeführt wird und guck doch mal einfach mal nach, ob da auch ein Key liegt. Also ärgerlich ist ja tatsächlich, dass die Software da keine ordentliche Fehlermeldung liefert. Du hast es jetzt gefunden, weil ich hier verraten habe. Nö, ich habe jetzt geguckt, wie ich es gelöst hätte. Ich hätte jetzt einfach geguckt, kannst du jedem SSH-Client eine Identity übergeben und ich hätte meinem Ansible gesagt, wenn du SSH machst, dann machst du bitte hier immer diese Identity, dort liegt der Key. Genau, das mache ich jetzt auch. Das ist quasi das Learning aus der ganzen Geschichte. Also ich sage dem jetzt, welchen Key er nehmen soll. Wie gesagt, standardmäßig hat er den genommen, der eben in dem User-Kontakt reichend hält. Ja, ach so. Genau, genau. Unter dem User, wo ich das Ansible ausgeführt habe. Und eben nicht auf dem ... Das sind Automatismen, die sind in dem Software-Design immer ein Problem, immer ein Fallstrick. Meistens ist es bequem. Und dann in den drei Fällen, da suchst du dich zu Tode. Genau, genau. Und dachte ich, das erzähle ich einmal, weil das ist wieder so ein Klassiker. Ob das jetzt Layer 8 war, dass du da vorsitzt und einfach nicht draufkommst, aber die Gegenprobe, ich habe ja hier so eine Testgruppe quasi mit anderen Rechnern, wo ich hingehe und führe das aus und es geht. Ich habe das ausgeführt auf zwei Rechnern gegen das unterschiedliches Betriebssystem. Und dann sitzt du an dem anderen Rechner, wo du denkst, was ist da anders? Also alles, alles war anders. Ich glaube, sowas fuchst. Aber das ist halt echt ein Zeitfresser. Und wie gesagt, jetzt key-spezifiziert, funktioniert einwandfrei die Geschichte. Also genau das. Hätte ich dich mal gleich gefragt, dann wäre das Problem ja gelöst gewesen. Das weiß ich ja nicht, ob ich die richtige Antwort gegeben hätte. Ich bin bloß jetzt von deiner Erzählung darauf gekommen, dass ich das mal gucken könnte. Aber du kennst das, ne? Also wenn du mal weißt, woher das Problem kommt, dann findest du die Lösung relativ schnell. Ähnlich wie bei deinem Gerät. Ja, das ist Pattern-Matching einfach. Wenn du nachher mal weißt, nach welchem Gerät wir suchen, für USB und SCSI oder SATA, dann werden wir das Ding bestimmt instant finden. Das ist übrigens eines der Features, um jetzt mal die Ehre von Windows 11 zu retten. Du weißt, dass da SSH eingebaut ist in dem Terminal, ne? Ja, SSH geht standardmäßig. Standardmäßig dabei. Ist bei Windows 10 nicht dabei. Also schon ein Daffer hat dich doch das Update gelohnt, ne? Ja. Aber in der Tat, also für mich ist das ganz praktisch gewesen. Ja. Oh Mann. Genau. Also viel passiert die Woche und viel gefunden eigentlich. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei für jemanden, der zuhört. Aber dann lass uns doch mal zu uns Obsidian kommen. Weil ich weiß nicht, was du verwenden musst, aber ich verwende jetzt zum Beispiel uns an der Hochschule. Wir haben einen Confluence-Wiki. Ich habe früher in der Firma Wikis verwendet. Und die werden ja meistens, das kennen Sie wahrscheinlich auch das Problem, die werden ja nicht wie Wikis verwendet, sondern das ist einfach eine Anhäufung von unendlich vielen Seiten, die editiert werden, wo du hoffentlich was vielleicht in der Suche findest. Dann Word-Dateien, finde ich, kann sie nie so ordentlich durchsuchen. Also bin ich irgendwie, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ich habe immer hingekommen und habe gesagt, ich mache halt alles mit Bishop Studio Code und lege unheimlich viel mit Markdown-Dateien an, einfach weil du die schnell schreiben kannst. Schnell runtergetippt, Protokolle runtergetippt, Gutachten, also Rohfassung mal runtergetippt, Meetings mitgetippt, Ideen runtergeschrieben, Folien schreibe ich mit Markdown. Ja, klar. Und irgendwann habe ich, ja, Problem ist bei Bishop Studio Code, Prokrastination. Also wenn ich Code aufmache, dann mache ich irgendwas anderes nach fünf Minuten, zum Beispiel Programmieren. Und das war es dann mit der Informationsverwaltung und fand ich auch ein bisschen unübersichtlich. Und dann bin ich irgendwann mal über Obsidian gestolpert und habe damit vor einer Weile angefangen, einfach Markdown-Dateien anzulegen. Die haben verlinkt auch schön, intern. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du das machst? Ich verwende das Ding eigentlich rudimentär. Bin jetzt die Woche gerade drüber gestolpert, dass die ein Update hatten. Ich weiß noch nicht wirklich, ob ich das mag, weil du kannst nur ein Live-Review, also ich hatte, ich habe links die Seite, wo ich reintippe, Markdown, und rechts die Seite, wie es quasi gerendert wird. Ich bin für einer von denen, die schuld sind, dass sie das haben. Okay. Ich habe das Ticket auch mit aufgemacht und unterstützt, damit sie ein Live-Review kriegen. Okay. Ich erkläre dir gleich genau, was der Vorteil von dem Ding ist und warum man das braucht. Na ja, okay, dann erzähl mal an der Stelle. Also ich benutze Obsidian auch und ziemlich seitdem es das gibt, habe ich das irgendwann gefunden. Ich benutze ja eigentlich schon immer irgendwie Markdown, um Notizen auf der Arbeit und auch in meinem Leben mitzuschreiben. Und ich habe immer sehr, ich habe einen sehr spezifischen Set an Features, den ich brauche, um produktiv zu sein. Und dazu gehört es, dass ich in Markdown meine Notizen machen kann, in dem Standardformat, also ganz normal das Standard-Markdown-Funktion, keine Extra-Funktion irgendwie. und ich benutze eigentlich hauptsächlich Outline, also dass ich sozusagen Führungsstriche und dann Listen irgendwie verwalte. Und ich benutze die Strukturierung durch Überschriften und ich benutze Links und Bilder, die eingebettet sind. Und im Grunde brauche ich ein paar Funktionen, die hatte ich früher immer mit Atom. Also habe ich kistenweise Plugins in Atom, den Editor da reingekarrt und mir das auch alles konfiguriert mit einem Template. Ich habe zum Beispiel so einen Workflow, ich habe eine Tastenkombination, damit kann ich einen beliebigen Teil meines Bildschirms screenshotten. Dann landet dieser Teil in der Zwischenablage. Dann will ich in mein Dokument einfach STRG-V drücken, in meinem Markdown. Dann soll der eine Datei daraus zimmern, die auf eine bestimmte Weise benennen, in einen bestimmten Ordner reinschmeißen und die dann in dem Markdown verlinken. Und das soll er bitte schön so machen, dass dieser Link zu dieser Datei stabil bleibt, egal was ich tue. Und so ähnlich funktioniert das dann mit irgendwelchen Links auf Dateien in meinem Dateisystem und mit irgendwelchen Links auf andere Markdown-Dateien. Und das ist ja jetzt so die geheime Soße von Obsidian, warum das Obsidian eigentlich gebaut wurde. Weil Markdown kann ja schon immer Links. Aber so richtig ein Editor, also auch Visual Studio Code oder so, die können ja auch Markdown editieren, aber so einen richtigen Editor, der akzeptiert, dass es Links gibt und die so unterstützt, dass du zwischen denen navigieren kannst und die auch noch für Suche, Filtern, für alles Mögliche sozusagen verwenden kannst, der sich dem Fakt auch bewusst ist, dass es sich bei diesen Links um einen Graphen handelt, der in beide Richtungen beschritten werden kann. Das macht dieses Obsidian so in a nutshell aus. und dann ist es einfach eine Sammlung von Funktionen, die eigentlich echt alles abdecken, was man so im Produktivitätsalltag braucht. Du hast jetzt gesagt, dieses Feature mit diesem Live-Preview-Modus, also man hat im Grunde drei mögliche Darstellungsformen des Editor-Fensters bei Obsidian. Die eins ist Markdown. Da steht einfach Markdown-Text im Bild. Fertig. Kannst du auch einschalten. Immer noch. Ist aber immer noch drin. Du wirst beim ersten Start dann irgendwie gefragt, möchtest du gerne den Live-Preview-Modus haben? Der Live-Preview-Modus ist, es gibt ja eine Preview-Version auch von diesem Markdown. Du kannst da draufdrücken, dann rendert der das dann in schönen Überschriften und die Bilder werden dann angezeigt und ich weiß nicht was alles und du siehst dann halt den Markdown-Code nicht mehr, sondern nur noch das Ergebnis, was der Markdown-Code repräsentiert. Und es gibt einen Misch-Modus, der zeigt den Markdown-Code da an, wo dein Cursor ist und der Rest der Seite ist gerendert. Also das ist eigentlich so, was Live-Preview macht. Der zeigt dir einfach nur das fertig gerenderte Preview an und da, wo dein Cursor ist, kannst du editieren. Fertig. Ist doch eigentlich ganz praktisch. Was hast du denn dagegen? Super praktisch. War nur so destruktiv, ne? Also mein Setup ist eben auf einer Seite hast du den Markdown, auf parallel dazu sehe ich dann immer das gerenderte. Ja, brauchst du Platz. Und wenn du das gewohnt bist, genau, braucht sehr viel Platz, gebe ich dir absolut recht, aber wenn du es gewohnt bist und plötzlich ist es anders und ich habe ja erst mal ein paar Tage gebraucht, bis ich mich durchringen konnte, diese, die gerenderte Seite auszuschalten, bis in allen Rechnungen eingerichtet war, aber das klappt recht gut. Das mit den Links gebe ich dir recht, weil das war bisher bei Markdown-Dateien immer so das größte Problem, die Verlinkerei, ne? Weil die Links, also du hast die zwar eingetragen, aber du hast die URL kennen müssen, dann habe ich bei Visual Studio Code auch irgendwann ein Plugin installiert, das dann quasi Datei-Links, also Vorschläge hatte, ne? Wie heißt das hier? Also tatsächlich rausgesucht hat und geschaut hat, das war ich gerade ein Tipp, gibt es überhaupt diese URL oder den Link auf dem Datei-System, gibt es die Datei, das Verzeichnis, weil das standardmäßige alles nicht mitkommt und bei dem Obsidian gibt es einfach eine Ecke, Klammer ein und fängst an tippen der Name der Datei, die du verlinken möchtest erstmal, also von der Markdown-Datei, die in Obsidian drin ist und kriegst direkt als Vorschlag fertig und da kannst du schon relativ schnell und gut mitarbeiten. Ja. Bilder reinkopieren, habe ich überlegt gerade, habe ich noch gar nicht, doch, habe ich gemacht, ich habe vor kurzem sogar eine sehr spannende Geschichte gemacht, ich habe aus, für eine Besprechungsnotiz, dachte ich mir, da war eine E-Mail, dachte ich, oh, musst du, darfst du nicht vergessen und macht was in die To-Do-Liste rein, die ich da auch drin pflege und habe ohne groß drüber nachzudenken, einfach die Datei aus dem Outlook per Drag & Drop in das Obsidian reingezogen und hat einfach die E-Mail-Datei, also die Mail-Datei quasi kopiert, abgelegt im Ordner und hat das auch direkt verlinkt. Also er hat es jetzt nicht schön gerendert oder so, weil ich glaube, er wusste nicht, wie er mit dieser Mail-Datei umgehen soll, aber er hat die reingepackt, reingkopiert, sodass, wenn ich die auch anklick, diese Mail-Datei aufgeht. Ja. Das ist dann zwar eine Kopie, aber für das, wo ich das spontan gebraucht hatte, hat das super geklappt, also da. Ja, verrate ich dir vielleicht nochmal einfach einen Prozess, den ich habe bei mir. Also das, was ich da jetzt erzähle, das habe ich auch alles schon bei mir im Unternehmen erzählt und deswegen gibt es da auch Leute, denen ich da irgendwie, die ich da schon überredet, nee, sagt man das? Überzeugt? Nee, vielleicht auch nicht. Die das jetzt auch machen. Die das jetzt auch machen. Die haben das gesehen und haben gesagt, das ist aber cool. Und zwar gibt es bei mir so eine ganz feste Ordnung. Es gibt, alles geht von einem Kalender aus und ich habe ja an einem Tag habe ich bestimmte Dinge, die passieren. Und da gibt es einen Kalender, gibt es als Plugin in Obsidian. Da klicke ich auf den Tag, dann erstellt der mir eine Tagesnote, eine Notiz für den Tag und dann schreibe ich dann zum Beispiel, ich mache jetzt Podcastaufnahme, Hack the Planet 28, dann selektiere ich den Text, drücke eine Tastenkombination, dann refaktoriert er den Text, macht eine neue Notiz aus diesem Text, den ich selektiert habe, draus, mit einem Template, das schon sozusagen vorausgewählt ist und in dem Template steht dann sowas wie Links zu Personen, die teilnehmen. Da steht dann eine Liste mit einfach nur der Name als Markdown-Link. Also Andreas Heil zum Beispiel steht da drin und entweder generiert er das selbstständig automatisch oder ich habe dann zum Beispiel ein Plugin bei Outlook mit Auto-Hotkey, hat ein Kollege gebaut, da drücke ich Steuerung L, wenn ich auf einer E-Mail oder auf einem Termin drauf bin und dann kopiert er mir die Namen von den Teilnehmern, die zugesagt haben, in die Zwischenablage im Markdown-Format. Das heißt, er erzeugt mir sozusagen schon die Links, auch die Dokumente gibt es vielleicht noch gar nicht, aber was ich damit erreiche ist, jedes meiner Notizen von den Meetings haben die Namen zum Beispiel der Personen drin, mit denen ich da gesprochen habe und ich komme über den Namen wieder zu allen Meetings, die ich mit der Person hatte. Also du kannst diese komplette Verkettung, die entsteht dann vollautomatisch und ich habe jetzt mittlerweile irgendwas um die, ich kann gerade hier drüber hauern, so Meeting-Notizen, 14.689 Meeting-Notizen. Liegt das bei dir alles dann irgendwie so plain in einem Ordner drin oder wie strukturierst du das? Ja, genau. Obsidian ist das das Nächste. Nee, nee, Moment. Also es gibt einen einen Ordner, der heißt Yearly in dem Ordner und da ist einfach jedes Jahr und jedes Meeting von jedem Jahr in diesem Ordner drin und in jedem Ordner, in dem Meetings drin sind oder Notizen drin sind, gibt es einen Assets-Ordner, da sind alle Bilder drin, die zu diesen Meetings gehören. Also alle da Binär-Assets, die da dran gehören. Dann gibt es Weekly-Notes, es gibt Personen in den eigenen Ordner, weil Personen liegen nicht dort in diesem Yearly, sondern die liegen halt in dem Personen-Ordner. Obsidian ist das wurscht, wo die liegen. Das Programm hält dir die Links aktuell. Also wenn ich eine Datei nehme und umbenenne, dann ende, also wenn ich jetzt, wenn der Andreas Heil sich entscheidet, den Namen zu ändern, dann ändere ich einfach diese eine Datei und der ändert alle Links in allen Dateien, in allen Meetings, die ich jemals mit dir hatte. Oder wenn ich irgendeine Notiz irgendwie sowas ändere. Also das funktioniert extrem gut. Ich habe noch ein Glosar, da sind dann irgendwelche Begrifflichkeiten drin, die ich immer wieder verwende, irgendwelche Tags, die dann da, wie so Wikipedia, die so weiter definiert sind. Das heißt, du verwendest aber im Endeffekt auch genau ein Volt, wo alles drin liegt. Genau, für eine Aufgabe ein Volt. Also ich habe, für Lucky habe ich ein anderes wie für meine privaten Klitschen, wie für meinen Arbeitgeber. Also das ist nicht miteinander verwoben. Diese 14.000 jetzt, das ist jetzt mein Arbeitgeber-Sache. Ich habe noch das seit 2017. So, wie ich es jetzt gerade sage. Und das ist halt krass, wenn du in so einem großen Unternehmen bist und du hast halt Kontakt zu vielen Leuten. Ich bin ein Mensch, ich merke mir so einen Quatsch nicht. Aber ich kann dir quasi, du rufst mich an und ich weiß, wann ich dich das letzte Mal zu welchem Thema gesprochen habe. Und das weiß ich, weil ich einen Graph habe, der mir das sagt. Und das ist extrem praktisch. Und wenn du dann ein bisschen diszipliniert bist, dann hast du eine Ordnung da drin, die lässt dich sehr ruhig schlafen, weil du fast nichts mehr vorbereiten musst. Also du musst halt dir merken, wenn du einen Termin annimmst und das ist ein Meeting, dann machst du dann halt schon mal ein bisschen die Vorbereitung, kopierst alles zusammen in den Dokument und dann kann von mir aus 20 Sekunden vor dem Meeting, kannst du wachgerüttelt werden, dann kannst du das Meeting machen. Also wirklich, für mich ist das echt super. Und das machen mittlerweile ein paar andere Leute. Wir haben jetzt bei meinem Unternehmen, die haben jetzt auch sozusagen Lizenzen dafür gekauft, für Obsidian. Da gibt es ja kommerzielle Lizenzen. Genau. Also es ist kostenlos zu verwenden, das sollte man vielleicht noch erwähnen, für die Leute, die das jetzt haben wollen. Obsidian.md, kostenlos, ist nicht Open Source, soweit ich weiß. Also die ganzen Plugins sind alle Open Source, aber das Obsidian selber ist nicht Open Source. Die bieten auch eine ganze Kiste an Zusatzdiensten an. Also du kannst Publish, das ist so ein, da kannst du das Vault, nennt sich das, also da, wo deine Notizen drin sind, veröffentlichen, auf einer Webseite und Sync, dann kannst du mehrere Geräte miteinander synchronisieren und ansonsten kostet es, wenn du es nicht privat einsetzt. Genau, dann sagen sie einfach, wenn du das im Rahmen von Unternehmen einsetzt, dann gib mal Geld. Aber 50 Dollar pro Jahr oder so, ist also nicht der Rede wert. Ja, haben die ein Abo, ja. Ja, macht ja Sinn, macht ja Sinn für die. Also besonders bei kommerziellen Sachen macht das total Sinn, ein Abo zu machen. Finde ich, also ich finde das jetzt völlig wichtig. Ich finde, sehr, sehr schön. Notes for your grandchildren, in our age, when Cloud Services can shut down, get bought or change privacy policy a day, any day. Ja, da haben sie recht, ne? Völlig, völlig recht. Deswegen hatte ich übrigens auch angefangen, also genau das, was du sagst. Also ich habe das neulich automatisiert. Ich habe jetzt halt für bestimmte Arten von Meetings eben so Templates, wie du sagst, angelegt, die ich momentan tatsächlich von Hand noch kopiert habe. Aber das war genau der Punkt, wo es mich tatsächlich jetzt ein bisschen überzeugt hat, weil ich habe das tatsächlich auf dem Rechner, ich habe das mit Resilio wieder über zwei Rechner gesynkt, dass ich diesen Volt halt entsprechend auf den Rechnern habe und damit findest du die Infos schneller. Ich glaube, es hakt noch an dieser Disziplin, weil einfach diese Workflows noch nicht so drin sind, weil ich habe, wie gesagt, noch viel bisher mit dem Visual Studio gemacht, mit dem Code und da lag das eben verstreut. Ich muss das ganze Zeug mal ein bisschen konsolidieren, aber da scheint das tatsächlich so der Editor zu sein, den ich jetzt auch längerfristig noch einsetzen werde. Ja, also das ist für mich auf jeden Fall auch. Ich meine, du darfst jetzt mal kurz hier in meinen Volt reingucken, wenn ich den jetzt hier irgendwie sehe. Kann ich das nicht scheren? Nee, er will nicht. Oder? Nee, ich sehe nichts, aber so, jetzt. Und du siehst jetzt einen, also vielleicht das Bild kann man vielleicht auch mit irgendwo hinpacken, keine Ahnung. Du siehst jetzt sozusagen den Graphen mit den verschiedenen Farben und dann siehst du verschieden gefarbt halt die Glosareinträge, die Personen, die da drin verlinkt sind und so weiter und das ist halt wirklich... Ja, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Du siehst nichts? Mir geht das wie den Zuhörer, nee, ich sehe nichts, ich sehe nur deine Kamera. Du musst da, glaube ich, draufklicken. Dieses Discord ist einfach ein furchtbares Ding. Dafür nicht gedacht. Und jetzt haltest du. Ja, jetzt nicht mehr. So, jetzt nicht mehr. Im Discord, da müsste ich das jetzt so sehen. Da, 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 da waren, da, ah, nee. Na, da hätte was... Ich lasse mal drauf, du findest das schon. Ja, genau. Also Obsidian ist tatsächlich so ein Produktivitätswerkzeug. Das ist das Programm, was bei mir immer offen ist und dadurch, dass ich diesen Preview-Modus habe, ist das Fenster eigentlich immer so ein Seiten, es ist immer so ein Drittel auf der rechten Seite von meinem Monitor. Und da packe ich den Text rein und kopiere mir die Meetings, Sachen raus und so weiter und so fort. Ich muss Stream anschauen. Ja, das kann ja sein. Nicht Bildschirm. Stream anschauen. Okay. Ja, sehr cool. Das sind ja ein paar Dateien, ja. Ja, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und das ist halt wirklich praktisch, wenn du dann auch einfach danach suchen kannst. Also das ist ja alles lebend und du kannst einfach Sachen damit tun. Das ist nicht einfach nur Wissen, was irgendwie rumliegt, sondern das ist Wissen, was du, was du, mit dem du interagieren kannst und was du auch wieder cross verlinken kannst. Und in Nullkommanix hast du halt Informationen zusammen. Super. Genau. Und es ist halt auch wirklich ein Graph, was halt wirklich cool ist. Genau. Das Obsidian, mich würde interessieren, wie das die Zuhörer machen. Ob die ein anderes System verwenden oder, weil es gibt ja diverse, das ist mein Gehirn, abgebildet auf Markdown-Systeme, die man irgendwie in der Cloud haben kann. Also das ist vielleicht auch noch gesagt ein Vorteil von Obsidian. Das ist ja komplett lokal. Das gibt es für alle Plattformen. Also das habe ich auf einem iPhone, auf einem iPad, auf einem Mac, auf einem Linux, auf einem Windows. Ist völlig egal. Und das braucht eigentlich einen Ordner und in dem Ordner sind Unterordner, Unterteilen und das war's. Also das ist nicht irgendein geheimes, sonst irgendwas Datenformat, in dem das gespeichert wird, sondern ihr habt immer, ob ihr das Programm benutzt oder nicht, völlig egal. Ihr habt immer ganz normale Markdown-Dateien und Bilder. Also selbst wenn das Programm nicht verwendet wird, das ist alles Standard-Markdown, nur dass das Obsidian als Applikation obendrauf halt diese Verlinkungen noch mit dazu packt, die habt ihr aber halt auch in den Markdown-Dateien. Das ist auch der Trick. Also du kannst es, nehme ich zum Beispiel, ich bin ja dabei, das ganze Info-Wissensgerödel von Code-Rubert zu migrieren in das Obsidian. Du kopierst ja nur Markdown-Dateien rüber. Fertig. Punkt. Also du musst nichts konvertieren. Du kannst ja die Dinge auch mit Notepad angucken oder mit VI angucken und auch lesen und editieren. Ich glaube, das ist nicht dafür gemacht, dass man da so viele Textdokumente drin hat. Also es ist sacklich schnell, wenn man das benutzt. Also auch mit den mehreren 10.000 Dateien. Aber es ist halt in dieser Graph-Darstellung, wenn du die Graph-Darstellung haben willst, so als Grafik gerendert, da braucht es ordentlich CPU. Ich glaube, ist es geschrieben in JavaScript? Ja, komplett. Ja, dann heißt es, es läuft eben Elektron, da ist der Browser mit dabei im Chrome. Ja, okay. Aber das ist nicht so arg schlimm tatsächlich. Das Ding ist wirklich schnell. Es ist schneller als Visual Studio Code. Also auch was Indizieren und so weiter angeht. Und Code ist schon schnell. Da hatte ich übrigens vor kurzem was gelesen, warum Visual Studio Code überhaupt schnell ist, weil das ursprünglich, also weißt du es? Nee. Warum Code also relativ schnell ist oder eigentlich schon sehr schnell ist? Weil Visual Studio Code ursprünglich geschrieben wurde, nicht als das, was Stand heute ist, als eine Anwendung, die in Elektron läuft, sondern das war ursprünglich tatsächlich für das Web programmiert. Und da war eben diese Anforderung, das muss einfach ratten schnell laufen, weil es im Web läuft und weil es im Browser läuft. Und dann haben die da sehr viel, also auch für den Ansätzen, diese reingebracht haben, sehr viel programmiert, dass es eben sehr, sehr schnell ist, effizient entwickelt oder abläuft. Und das haben sie zum Glück beibehalten. Das kann man jetzt nicht von jedem Plugin sagen, aber Code an sich. Ja, ich habe auch, dass wir mit Plugins wird es langsamer. Ja, ja, mit Plugins wird es langsamer. Aber deswegen fand ich, das ist eigentlich auch so gut, trennen. Also einmal von dieser Informationsverwaltung und dann eben immer noch dem Tool, wo alles drin ist. Ich mache ja alles mit dem Code. Also da ist ja Programmieren ist drin. Ich habe inzwischen mein Java, also Java Programmieren mache ich da drin. Das ist ja Heavyweight, wenn du das alles drin hast. Okay, das machst du in Visual Studio Code? Ja, ich habe genau .NET Programmieren mache ich ausschließlich nur noch in Code. Die komplette JavaScript- und Web-Entwicklung mache ich in Code. Ich mache Jackal-Entwicklung in Code. Warum nicht in der Visual Studio Community Edition? Weil ich nur noch einen Editor quasi das Code drin habe. Ich mache mein Plant-UML mache ich alles in Code. Vorlesungsfolien mache ich in Visual Studio Code eben die Markdown-Geschichten. Also eigentlich, ich mache nur noch Visual Studio Code auf. Ich habe das auch so organisiert. Ich mache eben einen entsprechenden, ich gehe in Ordnereien, wo ein Projekt drin liegt, rufe Code Punkt auf auf der Konsole und dann geht halt das auch fast da drin. Das ist ein Java-Projekt oder ist es, also der Workspace, da ist es jetzt eben LaTeX, also LaTeX-Dokumente, Schreibchen-Code, also das ist halt alles drin und dann ist das Ding halt irgendwann wirklich heavyweight. Also du hast halt alles drin laufen. Es läuft immer noch schnell und du kannst immer noch ordentlich mit arbeiten, aber das ist wirklich ein Arbeitspferd, was du da hast und das Ding ist halt nicht aus meiner Sicht, wie ich es verwende zur Informationsverwaltung und wie gesagt, dann kommt es halt auch schnell durcheinander. Also dann mixen auch sehr schnell deine Projekte, den Code mit den Dokumenten und dann findest du das Zeug wieder nicht und gerade diese Graph-Übersicht jetzt, also so bin ich ja auf das Obsidian gekommen, weil ich mal so ein Screenshot von diesem Graphen gesehen habe. Ich komme ja aus der Web-Ecke und immer so propagiert auch mit Semantik-Web und hast ja Graphen und du hast ja auch immer, jeder Link ist am Prinzip so ein Triple, wo du dann Graph mit aufbaust und dann war, also lokal genau, dass das ist, ich hatte ja auch alles ausprobiert, gab man ein Tool oder gibt es vielleicht noch The Brain, wo du auch so ein Netzwerk aufbauen konntest, wo du so alles mögliche reinkopieren kannst. Ich habe so ziemlich jedes Tool ausprobiert, was du da verwenden kannst. Wie gesagt, bei Wikis, du suchst ja länger, als dass du was findest und dann ist es immer sehr zerstreut. Am Ende atmen diese Tools ja immer darin aus, dass du dann doch wieder eine Taxonomie erstellst, dass du Informationen strukturiert ablegst und jedes Mal ja nachdenken musst, wo habe ich eigentlich die Infos abgelegt, also wo liegt eigentlich die Besprechung, wo liegt eigentlich der Termin, wo ist denn das eigentlich, weil über die Suche findest du meistens so Dinge nicht, deswegen heißt das ja auch immer Suche und nicht Finde, weil eigentlich möchte ich ja finden und nicht suchen und so bin ich ja drauf gekommen und aber ich habe gesehen, ich habe gerade nur so ein paar Ideen bekommen von dir, also ich denke mal, werde ich mal probieren und mich würde das auch interessieren, wie andere das machen, also die, die zuhören, lassen es doch mal wissen, also entweder im Discord oder wie gesagt in den Kommentaren, wie macht ihr das eigentlich, weil es sind ja Unmengen Informationen, mit denen wir in Stand heute umgehen müssen, wie kriegt ihr das eigentlich hin. Okay, ich stelle gerade zu meinem Erstaunen fest, dass ich über Obsedia noch nie geblockt habe, das ist seltsam. Ja, das ist wirklich seltsam. Also auch den Workflow hast du noch nie beschrieben im Blog. Ja, das sollte ich vielleicht mal tun, also weil den habe ich tatsächlich schon ganz oft präsentiert, Firmenintern bei uns, weil das halt wirklich etwas ist, wo ich sage, das hat meinen Arbeitsalltag beeinflusst. Und das Tolle ist, zukünftig musst du ja in der Firma also gar nicht mehr erzählen, sondern gibst du einfach den Link zu Episode 28, sagst du. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Schön wäre es. Aber Obsidian an sich, das löst ja ja die Probleme auch nicht, dass du Ordnung halten musst. Du musst ja immer noch diszipliniert mit den Daten, mit deinen Eingaben umgehen. Aber es hilft dir wirklich an allen Stellen, weil es konfigurierbar ist, weil es schon Workflows mitbringt. Das ist vielleicht auch nochmal zu empfehlen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die haben ihren Workflow genommen und haben ihn in so ein Beispielpaket gepackt. Und es gibt so ein Standard Beispielpaket für Obsidian, wo sich diese Workflows selber erklären. Es gibt ja verschiedene Ansatzzettelkasten und wie das Zeug alles heißt. Und das werde ich auch nochmal verlinken. Genau. Ja. Na Mensch, haben wir es doch noch geschafft, einen Text über den Obsidian einzusprechen. Ja, zum Glück. Ja, und die entwickeln das halt auch immer weiter. Die haben jetzt wirklich eine iOS-App geliefert. Das habe ich gerade gesehen, ja. Damit du da Sync bekommst, musst du halt der ihr Sync-Produkt kaufen, den Sync-Service, der kostet irgendwie auch pro Monat irgendwie Geld. Funktioniert dafür halt offensichtlich sehr gut. Es gibt auch so nachgebaute Sync-Services, von denen kann ich abraten. Die funktionieren alle nicht. Also funktionierten nicht, als ich sie testete. Kann sein, dass sie mittlerweile total toll sind. Aber man will keine Daten verlieren. Und das sind, das nächste Problem ist ja, die erste, also ich würde sagen, von fünf Kollegen, denen ich das gezeigt habe, war die erste Reaktion, das synchronisiere ich mit Git. Und das ist cool, das funktioniert. Okay. Aber das funktioniert nicht mit so vielen Dateien. Es dauert, ohne Witz, auf dem Vault, was ich da jetzt habe für die Arbeit, dauert es auf einem Sechskernrechner irgendwas um die zwei Minuten, bis der ein Git-Ad gemacht hat. Also bis ich Git-Ad minus A, drücke ich Enter und dann dauert es zwei Minuten. Und das müsstest du ja, das willst du ja eigentlich sozusagen bei jedem Speichervorgang einmal machen. Ja. Das geht nicht. Und der Rechner ist auch echt beschäftigt dabei. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch noch in der deutschen Sprache. Aber geht es da wirklich ziemlich langsam. Okay. Und ich dachte immer, ich dachte immer, geht es für viele kleine Dateien. Super. Ja, ist es doch bestimmt auch. Es ist halt bloß irgendwie, es dauert halt. Wie synchronisierst du dann? Mein privates Vault mit Resilio und mein Firmen Vault gar nicht. Also mein Firmen Vault ist per Definition einfach sicherheitstechnisch. Da sind Daten, Sicherheit und so weiter, das ist nicht synchronisiert. Aber das, meine privaten Vault, das Lucky Vault und so, das schmeiße ich in Resilio und das Resilio interessiert sich überhaupt nicht. Wir sind einfach Dateien für Resilio und fertig. Du musst nur darauf achten, dass du dieses, Resilio kann ja dieses manche Dateien nicht lokal synchronisieren Feature, so ein Platzhalterdatei dann da, das solltest du ausschalten, das magst du nicht. Okay, ja. Ja, aber so ist es. Ja. Also vor allem, weil Resilio jede Datei einmal öffnet, wenn du das Ding startest, weil das indiziert die ja, wenn du es einmal gestartet hast, damit das schnell sucht. Weil die Suche ist echt schnell. Ich habe keine Ahnung, warum geht es so lange. Ja, Obsidian meine ich. Ja. Die Suche ist wirklich gut und die ist auch intelligenter, als man meinen möchte, weil sie eben diese Links hat, weil du sie eben füttern kannst mit Kontext. Aber weißt du was? Ich habe die Suche noch gar nicht verwendet. Dafür hast du was verpasst. Na ja, hast du gut organisiert, dein Vault? Ja, hast einfach nichts gesucht. Hast du immer direkt gefunden. Ja, ja, immer direkt gefunden. Die blöde Taxonomie, weil ich es da tatsächlich noch nach Ordnern sortiert habe. Muss ich mal noch ändern. Ja, also ich finde du, also ich finde mir hilft es, möglichst wenig zu haben. Also es ist wirklich der eine Ordner des Jahres und da liegen alle Notizen des Jahres drin. Weil es ist scheißegal, wie die Ordnerstruktur ist. ist ja tatsächlich auch mein Ansatz bei E-Mails. Ich habe eigentlich gar keine große Taxonomie mehr bei E-Mails, sondern ich gehe hin, ich habe einen Archivordner. Das heißt, kommt eine E-Mail rein. Pro Jahr oder insgesamt? Insgesamt. Ich ballere da alles rein, weil die Suche, also ich verwende auch Outlook, also die Suche ist gut. Miterfinde ich eigentlich alles, was ich suche. Ja, ja. Für das, was ich brauche. Sagen wir, für das, was ich brauche, reicht das eigentlich. Und ich packe da alles in ein Archiv rein. Das heißt, entweder ich kann eine Mail löschen, weil sie ist eh irrelevant. Ich kann eine Mail bearbeiten oder antworte und kann sie löschen oder sie wird archiviert, aber ich hebe die eigentlich nicht lange auf. Das heißt, ich mache schon diese Zero Inbox oder versuche das zumindest, dass da bis abends eigentlich immer aufgeräumt ist. Und dann ist tatsächlich auch das Ding, wenn du eine E-Mail in irgendeinen Ordner reinlegst und dann musst du die angucken, die Mail und überlegen, wo packe ich das rein. Das schränkt ja schon dein Gehirn an. Und dann suchst du die E-Mail irgendwann und dann musst du nachdenken, wo habe ich diese E-Mail reingelegt. Und dann strengst du dein Gehirn schon wieder ein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du da die falsch erinnerst, die ist ja gegeben. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, pack das alles da rein. Also die Suchen wurden ja auch irgendwann immer besser. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und da versuche ich eigentlich immer den Leuten zu erklären, guck mal, das ist ja einfacher. Wie ist das einfach? Also wie oft brauchst du was? Man findet das eigentlich dann schon irgendwie. Und man spart sich einfach Nerven in Zeit mit dieser Wegsortiererei, weil irgendwann hast du doch so viele Ordner, dass du wieder unendlich lange dran sitzt, einen richtigen Ordner zu finden. Und dann ist es doch wieder irgendwie verstreut. Von daher, ich finde den Ansatz eigentlich relativ gut. Und dann mache ich dir noch einen Tipp. mit den Dateien. Tags. Obsidian kann eine Notation von Tags. Du kannst einfach irgendwo, wo du bist, einfach eine Raute, Plattenzaun, wie auch immer du das nennen willst, und dann einen Text schreiben. Wie die Kinder davon auch jetzt sagen, ein Hashtag. Ein Hashtag. Und das führt dazu, dass das auch als Link behandelt wird, aber als Link anderer Klasse sozusagen. Und Obsidian verwaltet auch ein Tag, eine Tag, so eine Liste, und zählt durch, wie viel gibt es denn da und so. Und das kannst du super verwenden, um Ordner zu ersetzen. Ja. Also ich mache das Kontext von Meetings, dann haue ich einfach alle Tags, die mir gerade einfallen, da rein. Und wenn es keine einfallen, dann fallen mir keine ein. Aber so ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was findest, mehr. Und du kannst einen, da kannst du mehr als einen Tag vergeben, was bei Ordnern schwierig ist. Weil das ist ja das Hauptproblem, wenn du diese Ordnerstruktur hast, was machst du mit einer E-Mail, die in zwei muss? Das kann ja Outlook bis heute nicht. Genau, genau. Also das ist ja komplett absurd für mich, dass das nicht geht, ne? Ja, pass mal auf. Ich hatte früher Bekannte, die haben ganz gigantische DVD-Sammlungen gehabt. Ja. Und die hatten genau dieses Taxonomie-Problem, weil die, weiß nicht, alphabetisch-thematisch irgendwie die Regale geordnet wurden. Also gigantische Sammlungen. Und kennst du das noch von früher, diese DVD-Boxen, wo Doppelfolgen drin waren? Zwei Filme in einer Box. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben sich dann quasi diese Box zweimal reingestellt oder ausgedruckt und zweimal reingestellt. Und in einer Box haben sie dann einen Zettel reingelegt, dass die DVD in der anderen Box drin ist. Autsch. Also so ein Softlink quasi. Ah, okay. Das ist jetzt ein sprichwörtliches Softlink, um Gottes Willen. Und nur, um diese Taxonomie nicht kaputt zu machen, ne? Ja, also diese Probleme sind ja heute auch bewältigt, ne? Die haben wir überwunden. Vor allem die physikalischen Medien zum Glück. Ich habe mich da irgendwann davon komplett befreit. Doch, ich habe noch eine Handvoll DVDs, von denen ich mich aus, sag ich mal, emotionalen Gründen nicht trennen kann. Aber, ja, solange ich... Nicht DVDs, ne? Blu-rays, aber... Solange ich noch Konsolen habe, habe ich bestimmt auch noch DVDs, aber ich weiß nicht, ob meine nächste Konsolgeneration sowas hätte. Wenn sie denn mal irgendwann lieferbar sind. Da wären wir wahrscheinlich schon beim Thema fürs nächste Mal, oder? Ja. Wir haben ja einige Sachen noch gehabt in der großen Themenliste, aber weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ja, Spielen wieder auf dem Plan gehabt und zwar natürlich geht es nicht um Spielen, sondern es geht um die Technik dahinter. Kennst du GeForce Now? GeForce Now nur vom Namen her. Also es gibt ja so Streaming-Dienste mittlerweile für... Ja. Ja, für Video kennt das jeder, für irgendwelche Filme und Serien. Genau, für Spiele auch. Aber nicht das Spiel wird als Daten zu dir gestreamt und dein Rechner führt das dann aus, das Programm und zeichnet das Bild, sondern irgendein Rechner im Internet hat eine Grafikkarte, die du nicht hast, rechnet das Bild und schickt es dir als Videostream und das mit so einer geringen Latenz, dass du es nicht merkst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeinen Rechner findest, der eine Grafikkarte hat, die du nicht hast, die ist aktuell eigentlich relativ groß, weil du kriegst eigentlich keine Grafikkarten. Und zweitens, bei mir ist das eh so eine Sache mit Grafikkarten, weil ich habe eigentlich keinen Rechner, der eine echte, richtige, super Grafikkarte hat. Und ich habe jetzt tatsächlich das seit Mitte letzten Jahres, habe ich das? Nee. Mitte vorletzten Jahres. Diese Pandemie macht das Zeitgefühl kaputt. Kaputt, ja. Ich bin aber noch in 2020. Ja, 2020. Ende 2020 habe ich das bekommen und zwar habe ich das gekauft mit dem Start von Cyberpunk, 2077, dieses total tolle wir Raytracen alles Spiel, was alle doof finden, aber ich dann durchgespielt habe und zwar mithilfe dieser Dienste in Ultra-Grafikeinstellungen mit allem Soße und Scharf flüssig gespielt, komplett durchgespielt, irgendwie 60 Stunden lang, einfach über Weihnachten, Neujahr durchgespielt. Und das hat mich unterm Strich gekostet, zwei Monate bezahlt, zwölf Euro. Wow. Und flüssig. Ja. Völlig problemlos flüssig. Es ist so krass, dass ich tatsächlich, es gibt bestimmte Spiele, die laufen bei mir gar nicht. Manchmal streame ich Twitch und habe das Spiel quasi gestreamt und restreme dann sozusagen mein Bild mit meinem Gequatsche wieder auf Twitch hoch. Du streamst den Stream, das ist ja ... Naja, das macht ja kein Mensch. Ich habe es mal gezeigt im Stream, habe ich das mal erklärt, wie das mit dem GeForce Now geht, aber mein Rechner ist ja gar nicht in der Lage, diese Spiele zu spielen. Und da geht das. Und das können wir dann vielleicht mal weiter erklären, wie das denn funktioniert und was es da für Optionen gibt und was die alles so bieten, weil das ist wirklich krass. Ich glaube, da sprechen wir das nächste Mal drüber, weil ich habe ja auch nur so Kisten, auf denen du eigentlich gar nicht spielen kannst, außer das Spiel ist drei, vier, fünf Jahre alt. Das Beste, was ich noch habe, ist die Grafikkarte in der Xbox. Würde mich interessieren, wie das funktioniert. Ich kann auch einen Teaser machen, den kannst du bestimmt auch. Ich habe ein iPhone, dann gibt es für fünf Euro, habe ich mir bei Amazon so eine Halterung bestellt, die klipst du an den Playstation 4 Controller dran, dann ist das iPhone quasi an den Controller dran geklipst, ist der Controller ein bisschen schwerer dann. Und das GeForce Now, der Client, läuft auf dem iPhone und du kannst da die Spiele einfach spielen mit dem Controller. Und das läuft einfach, als hast du es, geht einfach flüssig, einfach so. Auf dem iPhone. Ja. Vollbild, in der Bildqualität, wie du es erwarten würdest. Also richtig gut. Das schauen wir uns in der nächsten Woche an. Dann mit Bild, müssen wir mal gucken, ob wir das mit Bild hinkriegen. Gucken wir aber, ob wir nächste Woche dann das Setup noch ein bisschen besser machen können und noch ein bisschen Bild reinpacken können und dann können wir vielleicht auch ein Video hochladen. Genau. So machen wir das. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis nächste Woche. Und wir sind gespannt auf das Feedback. Bis nächste Woche. Ja, viel Feedback da lassen. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.